Diese schwarzen Schädel bringen doch richtig viel, ne? Alter, nicht rum, Alter. Kann doch passieren, ey. Ey, diese schwarzen Schädel bringen richtig viel, ne? Ja. Und wir haben sogar noch Handelsposten, Flagge hinten drauf. Auf 5. Ja, die Schädel sind ja keine Handelsposten. Aber die Truhen und so. Ja, die Truhen. Also die... Schießfässer. Schießfässer. Aber ich könnte schwören, der eine Boss hat auch nen Schlüssel fallen lassen. Es gibt ja nur einen Schlüssel. Worte, viele Truhen auf einmal. Nein, du fährst nen Asche-Schlüssel. Oh, das hab ich schon voll. Ich hab den Schatz der Nappas-Kinder gefunden. Mann. Aufglitsch schon wieder. Aufwend wie Minecraft-Spieler. Wärst du noch gar nicht runtergefallen? Du fällst runter. Deine Haut riecht wie Pizza. Andere's can just fuck. Egal. Egal. Das... Jaja, der Archivement Hunter wieder, der tunesische. Was ist mit mir? Der Schätz sagt nur... Du sagst immer du, du, du. Der Da Vinci. Eh nix gemacht. Vielleicht kein Video mehr von ihm. Hab eh noch die geliked, wo ich dabei war. Oh man. War klar, Junge. War n Scherz, Junge. Der Vinci muss man einfach supporten. Der könnte auch Best-ofs machen von HotTube-Streams und wie das ganze Gedöns alles heißt. Da hätte der dann schon eine Million Abonnenten. Anstelle dessen macht der einfach kaltes Kuschdinger. Und komischerweise haben die Videos immer 3 oder 4 Dislikes. Immer 3 oder 4. Kommt drauf an, wen wir gar Stress hatten. Manchmal auch 20. Ne, das hab ich noch nie gesehen. Bummi, das hat sich fast wieder hergezogen, ne? Ey, ist da noch viel? Jo, das ist erstmal die Hälfte gewesen. Ne, ne, ne. Ach Quatsch. Ach, Klaus. Eine Kiste. Mann, ich wollte ihm doch einfach nur mal Hoffnung machen. Und ein so'n Sparad. Hier ist doch nur ein Stab. Und ein Stab. Ey. Und weggebracht. Pudding. Pudding. Ja. Aber das lassen wir jetzt alles hier, oder? Nein, der hat die Kiste geguckt. Wer den Cent nicht ehrt, ist das Geld es nicht wert, Alter. Nein, ich meine, ich meine. Der hat es von Napoleon gewesen. Ich meine, die Schätze lassen wir alle überdeckt. Ach so, natürlich. Wir gehen jetzt direkt verticken. Scheiß auf den Stab, das denn hier hat. Warte, ist hier noch was? Pudding Cent. Norden. Hallo, Dunsa. Hallo, wohin? Ey, wir fahren doch noch gar nicht. Oh mein Gott, ich bin schon wieder reingebuckt. Hallo, da liegt noch Tee, da liegt noch Tee. Oh, der gute Schei. Da kommt was davon zu? Echt jetzt? Hallo, das sind wieder die. Wir müssen fahren. Ne, wir fahren den Scheiß auf die Kiste. Wenn die unsere Kisten hier vorne treffen, die unsere Sprengfester... Bringt die Sprengfester nach oben. Säge runter? Ja, bringt die Sprengfester nach oben. Wo sind die? Ich bin nervös. Nils von uns, bringt doch einfach die Sprengfester nach oben. Nein, die Sprengfester, wo die sind. Oh mein. Ach so, hier vorne. Oh mein Gott. Mila, Mila, Mila. Ja. Sprengfester nach oben. Ja, ich muss doch das hier eben raussuchen. Mein Herz pumpt. Ich bin 30 und nervös. Wegen Spiel. Ich bombe die auch mit einem so fast weg. Nein, machst du nicht. Ganz ehrlich. Nein, die bringen 10.000, Mann. Das machst du nicht. Ja, und wir haben auch noch eine... Nein, du machst das nicht. Alter, weißt du, wie viel wir haben? Nein, Mila, nein. Bevor wir untergehen, werde ich die damit wegbomben. Nein. Das machst du nicht. Die und mich selbst auch, weil das ist mein Hobby. Wenn die hinter uns herfahren, dann ja. Dann scheiß auf die 10.000. Damit wir Puffer haben zum Verkaufen. Ja, das meine ich doch. Ja, dann ja. Oh mein Gott, wir fahren in den Sturm rein. Ne, ich fahre nach rechts jetzt, aber wegen dem Stein. Oh Gott, Mann. Nicht nicht zu fliegen, da wird weniger Wert. Die sind direkt hinter uns, ne? Mach mal die Segeln, Wind. Dann kommen die uns nicht hinterher. Fahrt ihr jetzt gleich Richtung Norden. Übernehmt jetzt das Steuer. Fahrt weg vom Sturm. Fahrt in sicheres Gewässer. Ja. Wir suchen uns gleich einen Ort posten. Ich schwimmen jetzt zu denen rüber. Mach den Anker bei denen. Okay. Ah, das schaffst du nicht. Wir ziehen nach rechts ab. Aber wir ziehen von denen weg wahrscheinlich. Ja, da sind die, ja. Einfach im Wind fahren. Dann können die nichts machen. Wo sind die? Megalodon. Wir haben keine Stäbe mehr, ne? Doch, wir haben unendlich viele Stäbe. Hier da vorne, Digga, wo du die hingelegt hast. Okay, Steuer. Aber ich glaube, der will zu denen. Der will zu uns. Holen wir uns die Schätze noch? Die kommt niemand hinter uns. Hä, ist der tot? Weiß ich nicht. Wir haben kein Archiv mit denen gekommen. Nee, der ist hinter denen hin. Also, ich will nichts sagen, aber die sind hinter uns. Ja, ja, warte. Mach doch jetzt. War der mit dem Fass oder was? Nö, ohne. Achso, okay. Guckt einfach nur, dass die nirgendwo gegenfahrt. Nö, nö, nö. Du musst weiter nach links, Biti, weiter nach links. Weiter, weiter, weiter. Noch weiter, die kommen jetzt gleich auf dich zu. Ich sehe die noch nicht. Links, 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 viel weiter links. Oh, die sind die Meerjungfrau. Müsstest du eigentlich schaffen. Ich hab's geschafft, ja. Robert, zieh den Anker. Moiszeit! Hast du Anker gezogen? Ongar! Hast du Anker gezogen? Ongar! Ja, ja. Ja, aber die drehen nicht ab. Hila, kannst du mal hinter uns gucken? Ah doch jetzt. Wir verschwinden im Nebel. Ich hab einen Fass getötet, aber die haben mich auch gefehlt. Wir verschwinden im Nebel von Avalon. Oh, die haben Anker gehabt. Wie lange die mit mir gefightet haben. Haben die den sofort hochgezogen? Nee, nee. Ich hab erstmal noch mit denen gefightet ohne Ende. Warte mal, haben wir noch die Schnitterkiste? Ja. Die werden uns verfolgen bis ans Ende dem... Ich kann nicht mehr reden, ich bin nervös. Guck mal, wo dein Reaper's Hideout ist, Mila, von uns. Dann kann einer mit der Schnitterkiste schnell runterspringen und die verkaufen. Ja, guck mal schnell wieder. Was? Wo Reaper's Hideout ist. Ähm... Bis ans Ende der Welt. Das ist... Nostadatut... Sanctuary... Oh Mann, Alter. Ich find's nicht. Also das wird nicht bei uns in der Nähe sein. Ey, ich guck mal, geh mal weg. Ich will nur kurz anmerken, wir sind fast in so'n Ding rein gecrashed, gerade. Hä? Das Reaper's Hideout ist direkt unter uns, sogar markiert. Echt? Unter uns? Einfach im Süden jetzt. Dann übernimm du mal das Steuerkapitän. Äh... Archivement Hunter. Ich seh... Ja, doch, 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 die ziehen nach links. Wir ziehen nach links, warum ziehen... Nach rechts. Wir fahren jetzt an Reaper's Hideout vorbei, verkaufen die Kiste. Wie kommt man denn in das Reaper Hideout? Da kannst du einfach hinfahren. Aber da sind... Ja, da bin ich auf dem Rechen. Ne, da hat einer im Chat gefolgt. Aber da sind ganz oft Spieler, die warten, bis du da verkaufen gehst. Und dann fucken die dich ab. Also wir zum Beispiel machen das auch. Gestern, ne? War lustig, Alter. Äh, die Flaggen können wir dann auch gleich verkaufen, ne? Ja. Bringt einfach ihr beide runter. Fahrt dann weiter. Bruder, die holen richtig schnell auf links, rechts von uns. Wir... Ja, wir sind im Wind, Digga. Die können gar nichts machen. Ja, doch. Wir sind übel langsam. Bruder, wir sind schneller als die, Alter. Sag doch nicht hinein. Ja, die kommen jetzt von rechts. Ja, aber wenn wir gleich an links fahren, machen die gar nichts mehr. Und da ist eine Galeone, wobei... Aber weit weg noch. Ey, das wird ein Kampf, ne? Ich sag es gerne. Wahrscheinlich muss ich mich in die Luft sprengen. Nein. Doch, wenn die zu nah kommen, auf jeden Fall. Die sprengt uns wieder in die Luft. Wenn die zu nah kommen... Nehmt euch... Nimm einer die Kiste, einer nimmt eine Flagge und dann sprengt ihr beide jetzt. Flaggen sind vorne am Steuerrad. Und ich säge dann wieder einen Wind. Mach mich weg. Kannst du noch ein bisschen näher drin vorbei? Du musst, ne? Die sind genau hinter dir, Beatty, ne? Okay. Ja, das sollte eigentlich reichen jetzt, Alter. Er springt einfach jetzt. Okay. Milla, die werden wahrscheinlich jetzt Drive-Buy machen, ne? Mhm. Ja, ja, die landen hier, die landen hier bei uns. Die wollen uns abfacken. Egal. Die wollen uns abfacken. Die wollen uns abfacken. Die wollen uns abfacken. Einfach verkaufen. Ja, hier bei mir, bei mir, mit Pistole. Ich bin hinter dem. Ich hab keinen Schuss bei. Ich bin am Arsch. Ich hab keinen Schuss bei. Ich hab voll verkackt. Könnt ihr nicht verkaufen, einfach? Ja, doch. Ah, ich hab's nicht geschafft, ey. Hab's nicht geschafft. Die werden das verkauft haben. Ja, im Endeffekt gibt's ja eh nicht, ne? Ja, der vertickt jetzt. Oh mein Gott. Wir haben, wir sind so schlecht, ne? Wir sind absolut so brutal schlecht. Ich hab einen Erfolg bekommen. Wir sind absolut so brutal schlecht. Lass deine Truhen von der anderen Crew. Wir hätten, wir hätten das einfach da lassen sollen, ganz ehrlich. Ach komm, das ist, wir sind so schlecht, Alter. Wir hätten das einfach bei uns auf dem Schiff lassen sollen. Das kennt man nicht. Wir sind einfach schlecht. Wir können uns doch die ganze Zeit verteidigen. Warum geben wir keinen, nicht nochmal einen Kampf mit denen ein? Weil wir Fässer haben, Mila. Wenn die explodieren, dann ist unser Schiff weg. Ja, aber... Einer von hab ich gefickt. Wir können die auch wegsprengen, ganz ehrlich. Diese, diese 5.000, die die geben. Nein. Klar, doch. Mila, weißt du, was das für ein Raid ist? Das ist so eine Verschwendung, bei dem Raid was wegzuwerfen. Eines Tages wirst du es auch noch verstehen können. Ach, den Scheiß. Irgendwann, wenn du älter bist. Wir sind so viel. Wir müssen um nichts kämpfen. Nee, das ist einfach schlecht gewesen. Akzeptier einfach, dass wir schlecht waren. Nein, wir hätten uns verteidigen können. Nein. Einfach so. Nein. Einfach so. Wir hätten die nochmal weggebombt. Ja, dann wird doch besser im Nachkommen. Nein. Du wolltest einfach nur wieder bomben und hättest uns in die Luft gesprengt. Nein. Doch. Nein. Doch. Akzeptier einfach, dass das schlecht war. Fertig. Ja, war auch schlecht. Weil wir da einfach hingegangen sind. Wie idiotisch. Ja. Wir hätten einfach baiten müssen. Beim nächsten Mal weiß man Bescheid. Dann nehmen wir eine leere Kiste, springen wir einfach runter. Geil. Jetzt sehen wir uns ja auch gemerkt. Ja, wollte gerade sagen. Ist ja nur die Schnitterkiste, die bringt eh nicht so viel. Ja, die ist jetzt nicht wertvoll oder so. Also das ist wertvoll oder so. Aber das, was wir gerade gemacht haben, ist schlecht. Ich habe auch keine Munition dabei gehabt. Aber wir haben es trotzdem nicht verdient. Hä, warum? Wir haben es einfach nicht verdient. Seit fünfeinhalb Stunden zerficken wir hier alles in dem Spiel. Ich hatte keine Munition bei, sonst hätte ich den abgeknäfft. War schlecht. Wenig sind wir die jetzt los und können den restlichen Zeug verkaufen. Die Flagge habe ich übrigens auch nicht abgegeben. Die habe ich irgendwo hingeschmissen. Wir haben aber noch eine Flagge. Hier. Ja, wo seid ihr? Auf dem Schiff? Ich sehe euch jetzt erst. Oh, runtergefallen. Du wolltest wieder nur Kaboom machen. Ja, macht ja auch Spaß. Ja, vor allen Dingen bei uns. Ne, das geht halt ehrlich nicht, Mila. Hä? Ich habe... Oh mein Gott! War einfach schlecht von uns, sicher. Man lernt ja nie aus. Wenn Mila besser im Nahkampf gewesen wäre, dann wäre das nicht so schlecht gewesen. Ne, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Du bist schnell gestorben, ne? Ja, der hat mich einmal angeschossen von der Ferne mit seinem Dings. Und dann habe ich versucht, oben drüber zu rennen. Ne, das Erste, was du machst, wenn ich eine anschießt, ist sofort essen. Und dann rennst du. Ich kann die Kiste nicht wegwerfen. Doch, mit X. Dann nehmen die die doch sofort. Haben die doch so, hast du doch so oder so gemacht? Ich hatte keine Munition dabei. Du lässt die Kiste fallen, isst, drehst dich um und schießt auf den. Ich habe keine Munition dabei gehabt. Ja, ich auch nicht. War halt schlecht von uns. Aber ist nicht schlimm. Viel schlimmer wäre gewesen, hätten die uns jetzt versunken. Ja. Und hätten uns alles genommen. Dafür, dass die dreimal dahin gefahren gekommen sind, Alter. Und die dreimal auf den Sack oder zweimal auf den Sack bekommen. Dann hätten die es verdient. Ne, hätten die nicht. Doch, klar. Dann. Wer weiß überhaupt, woher wir da sind. Wer verdient, Alter. Was bist du denn für ein Pirat? Du bist doch kein Pirat. Warum wir da sind? Na, weil die das sehen. Man ist markiert mit der Kiste. Ich gehe mit einer Nicht-Piratin. Ich bin die Oberpiratin. Das Piraten, die am Feinden was gönnen. Ich weiß, genau. Ich habe versucht, die aufzu. Ich konnte die nicht aufnehmen. Keine Ahnung warum. Weiß ich nicht. Der Draht hat sich nicht bewegt. Sonst hätte ich die als erstes gehabt und hätte die vertickt. Ja, diesen Bug haben wir ja öfter. Manchmal gibt es so einen Bug, ja. Aber ist nicht schlimm. Ist eh nur eine Truhe, Mann. Darüber überhaupt aufzurechnen, Alter. Das ist ja nicht aufregend. Wir haben schon 80 Stück davon verbraucht. Das ist ja das Problem. Weil Mila regt sich die ganze Zeit auf wegen jeder Scheiße. Ja, weil die nicht in der Luft springen darf. Ja, dann fahren wir gleich zum Fort. Dann holen wir nochmal 80 Stück. Dann kannst du wieder in die Luft springen, Alter. Ja, ja. Aber dann spielt das teuren Zeug. Genau, Mila. Mit deinem Pickel im Nacken. Ich geh da gleich hoch. 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 Und wer von euch will mich aufhalten, hä? Ja. Lass mal abstimmen für Knast. Was ist Knast? Ila. Knast. Ja. Was soll das? Nö, komm, Biti. 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 Knast. Ja. Ja, easy. Wie macht man das überhaupt mit dem Abstimmen? Andere, falls in eine andere Klasse. Für erst einsperren, abstimmen? Nein. Ja. Perfekt. Dann steuern wir mal das Stück. Ich war nämlich gerade auf eine Insel zu. Oh, Mila, Mila, Mila. Passo. Fick dich, Biti. Ja, genau. Fick dich, Biti. Können wir den wieder rauslassen? Ich steuere gar nicht mehr. Ach, komm, Alter. Normalerweise, Biti, jetzt warte ich lock aus, Digga. Achso. Oh, Mila, pass auf. Ey, wenn da jetzt welche sind, ne? Oh mein Gott. Lass dir mal Biti... Wie kann man den rausholen? Wie kann man den rausholen? Wie kann man den rausholen? Ey, willst du mich verarschen? Wenn da jetzt welche sind... Mette mir die Segel hoch. Lass mir den Biti befreien. Mach erst mal die Segel. Genau, ich bin in Butzbach. Ich weiß nicht, wie man das macht. Du musst für Freilassung stimmen. Mette! Ich parke hier jetzt erstmal ganz entspannt. Ach, komm mal. Ich schwör bei Gott, nein, wenn jetzt hier welche sind... Und uns die... Und die Berber an uns, spiel ich nie wieder mit dir. Einfach für deinen Rumgetrolle. Weißt du, sie... Gestern noch so... Ich spiel ich nie wieder mit dir, wie du jetzt nur rumtrollen. Ja, aber troll selber die ganze Zeit rum. Ach, der ist kein Trollen. Hier ist doch kein Schwein. Mit... Mila packt dann nur mit Anker. Hä? Ich hab den Anker nicht mal getrunken. Ey, sag mal, Mila, bist du besoffen oder so? Wieso? Kannst du den jetzt mal rauslassen? Ja, okay. Das hab ich vor fünf Minuten schon gesagt. Also hier ist voll ein Schwand drin. Ich hab Latifaschisch hier. Nicht mehr. Wo mach ich das? Unter meine Crew und dann für Freilassungsstimmen. Äh, kann ich nicht. Wie kann man nicht rauslassen, Biti? Keine Ahnung. Ja, hier... Ah doch, jetzt, jetzt gar nicht. Ja, ja. Nein, ich hab für... Ich hab wieder für einsperrt. Nein. Okay. Boah. Du richtest dich darüber auf, wenn der Gypsy trollt, aber trollt selber die ganze Zeit. Hä? Das ist doch was ganz anderes wie der Troll. Das ist doch nichts anderes. Klar. Ach, ich bin... Das ist nichts anderes. Ey, wieso kann ich die ja nicht verkaufen? Das ist einfach nichts anderes, Mila. Ey, wo... Ich kann die nicht verkaufen. Was denn? Diese legendäre Sache hier. Oh mein Gott, wo müssen wir damit hin? Gehen wir hoch zur Taverne, da ist ja dieser Typ. Oh, äh... Oh, hier oben ist bei dem Verkaufen in der Taverne. Auno, Alter. Dummkopf, Mila. Dummkopf. Sag das nochmal und ich werde diese Sprengfass für unser Schiff benutzen. Warum kann ich so verticken? Warum kann ich so verticken? Ist ja nicht so, als hätte es uns heute schon zwei Mal in die Luft gesprengt. Ja, und ich mach das gerne noch drei, vier, fünf Mal. Ja. Warum kann ich das hier nicht verticken? Das muss da, glaube ich, auch oben. Ganz oben. Nee, nee, das andere konnte ich... Ganz oben. Das andere konnte ich ja auch... Ja, weil das kein legendäres Fass war. So, da muss man jetzt die ganze Zeit diesen Weg hoch herinnen. Ja, wir haben halt den beschissensten Ausposten dafür, ne? Kannst auch hier Leitern nehmen, ne? So, die hab ich nicht gesehen. Kriegt da eigentlich auch Athenas Segen gelevelt dadurch? Ich glaube nicht. Wo ist denn hier die Leiter? Direkt vorne dran. Hier. Oh, jetzt 500 Mal hoch. Ja, hau rein, Beatty. Ich bin doch ganz durch den Wind vom Knast. Wir haben halt immer nur die ganze Pflanze und so, die haben wir gar nicht abgegeben. Ja, ich werde noch was damit zu tun. Oh, ich bin runtergefallen. Fest durch Schäden. Athenas Segen. Boah, 6.000. Irgendwann da klingelt die Kasse aber. Komm ich vor, Belobigung nicht mehr retten. Warte mal, wir haben doch... Kann ich meinen Freunden nicht endlich erzählen, weil ich im Knast war? Oh mein Gott, die ist voll. Ich wär auch gerne im Knast, aber ich hab Angst vor Straftaten. Oh, Athena 4, Alter. Müsstet Athena aber auch gelevelt bekommen eigentlich. Weiß ich nicht. Also ich sehe gleich mal gucken. Ich weiß nicht, wo sieht man das? Gleich mal bei Ansehen. Segen hab ich auf Eins. Hast du ein Level bekommen? Knast hat Beatty verändert. Ja, ja. Boah, ist das... Boah, ist das eine eklige Kackeinsel. Wo ist denn hier ne Leiter, Alter? Ich seh die gar nicht. Da da aus einfach, wenn du nach rechts läufst. Aber wo ist das Ding? Ah, sorry. Ah, ja, ja. Schiech! Was hat denn da? Was hat denn da? Is gut, da barren Draw up. Will ich kaufen, gib mir jetzt. Was kriegt man dafür? Will der den muss hoch? Ich weiß nicht, ob man die leeren Trun verkauft kann. Koffeln sie gesehen hat. Und auf den Boden zusammen ja... Boah, Junge. Ja, ja, alter wie viel Geld wir machen, alter, Mila ist daneben gesprungen, aber die ist jetzt angepisst. Warum bin ich angepisst? Weil auf einmal bist du ganz still und redest nicht mehr. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Bist nicht mehr Fanny Fanny. Bin wohl Fanny Fanny. Bist nicht mehr lustig, Fanny, nur weil du dein Willen schickst, aber wir gehen gleich Sprengfass erholen. Äh, ok, das ist wegen der. Ne, der ist antik. Antik! Dummfox, merci. Nicht mehr lang bis zur, oh mein Gott. Hallo? Ich wird geschubst. Mila hat Hunger, Mila hat Hunger. Ich hab heute noch nichts gegessen. Ich hätte ja was abgegeben von meinem Twix. Aber du beißt immer im Finger rein. Hast du ja auch verdient. Was hab ich denn jetzt falsch gemacht, hä? Alles. Zum Beispiel? Du atmest. Du atmest. Und das falsch? Das nervt mich. Ok. Ich, ähm... Ich hasse dich. Ich hasse dich. Du warst mal voll, liebe Mädchen, als ich kennengelernt hab. Seitdem du mit mir bist, bist vergiftet. Du hast mich einfach so ne Monster gemacht. Was hab ich mit dir? Und Mila muss über die Planke. War so ein Engel, bevor du kamst. Ich will gar nicht erzählen, was du alles sagst, wenn der Stream nicht an ist. Ach komm. Ach komm. Wie du die Leute hier im Piraten-Game beleidigst. Haben die auf alle Fälle... Boah, ich schwimm im Geld. Ich Geld im Schwimmen. Ananas! Oh, oh mein Gott. Du halt hier rein! So tief? Du halt hier rein! Und, wie findest du den Tag heute? Dann tu ich den halt da rein. Dann tu ich den Vogel da rein, Junge. Komm her! Piss dich. Jetzt vielleicht kurz ins Piraten-Denken für den Legenden-Versteck. Kann jemand mitkommen? Ja, wir kommen mit. Wir haben hier noch die Seile. Nein, er kommt mit. Du kommst auch mit. Oder dürfen da böse Kinder jetzt nicht mehr rein? Milos. Du hast alles voll mit traurigen Geistern. Warum sollte Mila nicht rein dürfen? Wir haben nur die Asche-Truhe. Guck mal. Ja, aber für die brauchen halt den Schlüssel. Mir reicht es jetzt. Hör auf! Lass es sein! Das Schiff wird nicht versenkt! Oben haben wir auch noch was, ne? Teures. Wie ich weiß. Alle Flaschen sind kaputt, ne? Egal. Ich mein, du hast ja schon damit angefangen gehabt. Ach so. Ach so. Okay. Oh mein Gott, hier oben haben wir auch noch richtig viel. Hast du die erste Dings nicht kaputt gemacht? Habe ich nicht. Nein? Nein. Du hast uns zweimal zerstört. Ich habe eine kaputt gemacht und davon wusste ich nicht mehr was. Einmal, wir haben angefangen zu zocken, haben alles gelootet und du hast uns in die Luft gesprengt. Na und? Und? Hatten wir nicht alle Spaß daran? Ne. Ich nicht ehrlich gesagt. Ich kann mich daran erinnern, dass wir gelacht haben. Ja vor Scham. Aus Verzweiflung. Und aus Verzweiflung. Ich habe geweint dabei. Ja. Oh, das ist nicht rausgehört. Ich spiel nicht mehr mit euch. Ich spiel wieder mit meinem besten Freund, den Guffi. Ach so. Ja. Und dann, wenn er nicht mehr da ist, sagst du dann, dem kann ich ja mal die Sprachmemo zeigen, die du mir geschickt hast, wie du dich über den aufgeregt hast. Welche Sprachmemo? Ja, dass er elf Jahre alt ist und dumm ist und so. Das habe ich nicht gesagt. War das mit dem Sprengfass hier? Verkauf mir das. Ach, das ist eine normale Kiste. Sprengfass verkaufen wir ja. Oh, guck mal. Oh mein Gott. Lass uns in die Luft sprengen. Lass uns in die Luft sprengen. Lass uns in die Luft sprengen. Ja, ich würd mich da immer noch für in die Luft sprengen. Ich geh mir jetzt erstmal einen goldenen Cockring kaufen. Na ja. Das ist eklig. Können wir doch gleich zwei holen. Hä, warum bin ich eklig? Eklig einfach. Ich will einfach was Goldnes in der Hand haben, wenn ich koche. Was ist denn da hier für den Quatsch? Mein. Ach so. Das ist der... Aha. Oh, was gibt es denn hier? Ein Pirat. Gibt halt auch nichts cooles, ne? Geh jetzt ins Versteck. Das ist cool. Das sieht cool aus. Aber dann bist du so dieser... Ach, guck mal, der hat einen Zähner ausgegeben. Um es auszusehen wie so ein dummer Skelett. Aber das ist richtig dunkel. Das ist gut für PvP, glaub ich. Hast du das schon gesehen, Beatty? Was denn? Guck mal im Stream. Dieses Kostüm. Ja, ja. Das sieht eigentlich fresh aus, ne? Ja, aber ich weiß nicht. Das ist ein bisschen zu Matsch, find ich. Nee, nix. Nee, nix. Diese Dings ist richtig gut. Wo ist das? Das Fass hier. Weil da kann man sich auf andere Boote schleichen. Nee, wo ist das? Hä? Gibt das überhaupt noch dieses eine Fass? Wo du dich verstecken kannst? Weiß es nicht. Aber ich mein, da musst du halt erstmal auch schaffen, ne? Und ich weiß auch nicht, ob Gegner deinen Namen nicht sehen. Nee, nee, sehen. Hier, das hier. Das haben die auch nur wegen Summit gemacht. Dieses Verstecken-Ding. Warte mal, das kostet null? Das kostet null Taler. Ja, das ist ein Emote. Das ist umsonst. Aber wer kauft sich denn die Emotes? Wird mal hier dabei brauchen. Wir kaufen jetzt ne neue Pistole. Was haben wir denn hier? Wir sind alle hässlich dann. Gibt halt echt nicht so krasse Sachen, ne? Äh, eigentlich nicht die Black Pearl war auch das einzige was richtig cool war. Nee, Dings will ich nicht. Der ist cool. Boah, hier gibt's andere Bärte. Mal Vollbad kaufen, Junge. Ist das immer von Insel zu Insel unterschiedlich? Ich glaub, es gibt, äh, so verschiedene, also zwei verschiedene mäßig. Ich könnte mir auch ein schönes Kleid kaufen. Warum trägst du kein Kleid, Milo? Nö. Will ich nicht. Denk ich dir lieber muss. Hose muss ich gucken. Haare. Dann gibt's hier bestimmt auch andere Haare. Oha, die haben einfach den Bumfer hier. Oh, der ist cool. Wollte ich Hose, wollte ich gucken. Ich brauch ne schwarze Hose. Hallo, Hamadini, was geht? Nein, also du dir wieder. Black Ice, vielen lieben Dank. Remember, you never saw it. Ist das immer ein Versteck, oder sonst geh ich jetzt alleine? Ja, können wir sofort, Moment. Habe ich nicht. Oh, 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 oh. Ich geh besser. Oh, die ist gut. Habe ich nix gekauft. Mila, kommst du mit? Nö, ich bleib hier. Komm. Ich bin am Angeln. Das schreckt mich immer an, Alter. Wir brauchen aber drei Leute, um das zu eröffnen, glaube ich, oder? Genau, drei Leute brauchen wir, ja. Mila. Ja. Mila, komm. Und Dark Etcher, vielen lieben Dank. Ich werde ihn einrichten. Zeig mal im Chat mal, wo echte Piratenlegenden hingehen. Zeig mal im Chat mal, wo echte Piratenlegenden hingehen. weil ich ganzrato all halbieren. Im Trotz des Kleinstes Neigen den G Um. In degen Mal. Und das wäre wichtig gilt, um mit fidilftenAPP broughtz zu sagen, um es zu contemporary sein. Und da machen wir zusammen. Seh panel Dach, mit Felipe Puhrenfeld darin befind Playstation favourite. Soll den G Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I think he's still back. I think he's still back. Oh, das Schiff sieht bestimmt auch richtig aus, ne? Die Kanonen, Alter. Die Geisterkanonen sehen richtig geil aus. Ja, das ist ja das alles von dem, wo du immerhin teleportiert wirst, weißt du? Ich mag das andere Set lieber, also nicht dieses Geister-Ding, sondern dieser verlassene Irgendwatt. Wie sehe ich jetzt eigentlich aus? Das ist gut. Ansonsten gehen wir mit Schalippe, Mila, oder? Der Giffy hat ja gerade geschrieben, warte. Oder Giffy kommt. Er wäre dabei, aber kann sein, dass er gegen 21.30 Uhr weg ist. Ja, das ist ja nicht schön, wir sind ja nur eine Stunde. Kann man mal eine Mission machen, jojo. Ich sehe, was du da tust. Okay. Oh, hier steht bei der einen, gibt es bald neue Waren? Und da steht, dann sagt die, ja. Bald gibt es neue Sachen für Piraten, die gehen. Wir sind gerade mit dem Zweimaster unterwegs, Bumfab. Du kannst gerne... Ne, der Giffy kommt. Ne, der hat Gefahr, ob wir Musikanten drohen. Wurde angestürzt. Ja, wahrscheinlich vom Giffy bei der Passwort. Ja, wegen Move. Oh, wir hätten die Pflanzen bis 13 Uhr da abgeben müssen. Ich kann den Bombenfall leider nicht mitnehmen, da müssten wir jetzt komplett neu starten. Wir haben gerade die Handelswerke auf 5 und so. Sollen wir da nur eine machen, Mila? Dann war ja. Jetzt haben wir da 39, 39, 40. Ne, 40, 39, 40. Zehn Level noch. Und ich kann noch jeweils ein Level kaufen überall, glaube ich. Richtig? Ähm, wenn du da... Was hast du jetzt gefragt? Ich kann überall bei jedem Bund ein Level kaufen, ne? Ja, wenn du das noch nicht gemacht hast, ja. Dann musst du uns zu der Alten an der Taverne. Ja, hab ich, mach ich aber die letzten Level dann. Ja, ich brauch noch 10 Level und ich denk mal, die Mila braucht überall nur noch 5 Level. Bis zur Piratenlegende. Ähm... Ähm... Wo ist ein feines Trading Post? Dann können wir das trotzdem abgeben. Scheiße, Alter. Ah, hier. Wir müssen einfach nur in den Westen. Kommt der Giffy jetzt? Äh, ich hab ihn schon gemufft. Ah, Giffy, kommst du? Ja. Ja. Wir wollen noch so ne Dings machen für Pirate-Legends-Dings. Handelsbund oder welche? Ja, ja, Handelsbund. Ja, let's go. Ich hoffe, dass mein Game nicht crasht. Ja, wir müssen restarten. Geht's euch? Wir hatten ne bisher ganz krasse Session. Wir haben bisher einmal nur auf... Ah, nicht auf Fresse, aber... So hat unsere Athena-Quest geklaut. Weil die die Mila verklubbt haben. Mila, wie gut in die Luft gesprengt? Mila hat uns einmal in die Luft gesprengt und noch einmal uns. Und sonst hat die, glaub ich, ein paar versenkt, oder? Ja. Ich hab trotzdem alle versenkt. Ich hab Mittagsschlaf reingemacht. Du bist ja noch klein. Du musst ja Bubu machen. Wir haben ein Gitterbett eingewickelt. Ja, nur noch vier Brandbomben, Mann. Der Da Vinci will mich ja nicht haben. Ist der Da Vinci auch am Segeln? Das glaub ich nicht. Der Da Vinci hat doch immer Angst. Kommst du eben unten abstehen? Ja. Wir fahren aber erst zum Tradingpost, okay? Man kann Sachen, die abgelaufen sind, glaub ich, gar nicht mehr abgeben. Doch. Sicher? Ja. Nur mit Verspätung. Nee, ich glaub, kann man nicht. Natürlich. Letztens hatten wir das versucht, da ging das nicht. Ja, aber da steht ja bei der Liefernotiz. Bis 13 Uhr zu Derek bei Finest Trading Post abliefern. Und dann in Klammern Fracht hat Verspätung. Also wir konnten es letztes Mal nicht. Aber vielleicht geht's ja. Du Isi, seit wann hat deine Mutter ein Twitch-E-Mode? Oh, bei Yuga, Alter. Scheinst du, Giffy? Ja, ich bin drin. Guck mal, der Giffy leuchtet auch rot. Hi. Giffy, wo musst du hin? Wie, wo muss ich hin? Peter, oder warum kannst du nicht so lang? Das ist geheim. Achso. Das möchte ich nicht sagen. Verstehe. Jetzt wieder um deine Fußakne. Jetzt hast du geleakt, okay? Dann kann ich sagen. Oh, Scheiße, tut mir leid. Ja, ich habe Termin, um meine Fußakne zu behandeln. Oh je. Hier ist noch ein Schatz. Vielleicht ich danach wieder in den Arm nehmen? Sollen wir trotzdem einmal versuchen? Ich bin schon groß. Okay. Das saß du gestern nicht. Doch. Guck mal, da sind keine Freunde von mir. Wir haben einfach rote Farbe ohne mich geholt. Du warst in deiner WoW-Sache. Mila hat dich mindestens dreimal am Tag gefragt, ob du mitspielen willst. Lüg nicht, du Elfjähriger. Jetzt verbünden sich die kleinen Kinder gegen mich. Ja, genau, die kleinen Kinder. Die kleinen Kinder? Okay, okay. Du meinst die zwei Piratenlegenden? Mhm, Piratenlegenden. Legenden. Mhm, Legenden. Wir sind legendär. Wenn du wüsstest, was wir schon für Kämpfe hatten. Wo ich nicht mitspielen durfte. Ja, weil du in deiner WoW-Sache warst. Wurde wieder von Minecraft verbannt. Hier ist noch ein Schatz. Nein, beim Jetzigen durftest du mitspielen. Ich konnte nicht. Ich musste nach Karazan Medivh aufhalten. Und Nightbane töten. Ja, aber dann gib mir nicht die Schuld dafür. Bald habe ich nämlich Magtheridon clear. Und dann bin ich Champion der Ruhe. Und hör auf, mir deinen Arsch in die Kamera zu zeigen. Darf ich machen? Nein. Du bist elf. Hau ab. Hier, setz dich hin vor dir. Jetzt habe ich zwei Leute, die trollen. Kannst du mir ein bisschen meinen Rücken streicheln, während du fährst? Ich will auch. Ich will auch. Entweck mit deiner Akne hinten im Nacken. Meine? Ja, guck mal Stream, guck. Du hast da so Pickel, Kraterpickel. Das ist eine Narbe. Hey, ich habe Narben. Das sind doch keine Narben. Doch, das sind Narben. Das sieht aus, als hätte Sterne hinterm Ohr tätowiert, wie so eine Aldi-Kassiererin. Wie eine Was-Kassiererin? Eine Aldi-Kassiererin, die auch immer Sterne hinterm Ohr tätowiert. Das sind Sternennamen. Aldi-Kassiererin, Junge. All die Sachen, die ich sagen möchte, aber nicht kann. Ich bin geschützt. Du kannst mir nichts. Ich weiß, du willst mich schlagen, aber du kannst nicht. Schön, dass die Segel im Wind sind, ne? Ja, kannst du selber machen. Ach komm, ich hasse euch beide. Ich mach das schon. Das ist meine Akne. Nein, warum soll sich deine Oma küssen? Ich bin hier der Käpt'n zu sehen. Und ich hab auch die Patente. Ich bin ins Nest-Setzer. Was für ein Patent denn? Komm, erst spielen jetzt, wo ihr alles habt. Das Patent 1, 3, 4 und 9. See. Willst du zwar mal in der Melone abbeißen? Irgendwer? Guck mal lieber, ob wir auf Kurs sind. Ja, sind wir. Ich hab eben schon geguckt. Komm, zeigst du mir den Zettel. Oh nein, wir sind nicht hier auf dem Kurs. Wir sind Richtung Westen. Ach, Richtung Westen? Ja. Ist das nicht hier schon? Nein. Das ist noch voll weit weg. Ihr seid Trolle. Die Gläser sind kaputt. Ja, frag mal Mila, warum? Mila? Hä? Wahnsinn, die Gläserkippe. Wie das aussieht. Weil wir gekämpft haben. Die lügt. Du bist eine dreckige Lügnerin. Gar nicht wahr. Doch. Ja, ich sehe auch einen Mutti Zettel. Hat er noch eine Stunde spielen dürfte. Meine Mama hat geschrieben, ich darf er mitspielen. Ja, ich kann es sehen. Ich bin auswärts vergessen, aber ich bin schon 16. Ja. Ihr dürft nur eine Stunde spielen. Aber wie dunkel. Wie Giffy gerade den Zettel gelesen hat und dann gemerkt hat nach zwei Sekunden, ich kann gar nicht lesen. Jetzt hat er wieder runtergenommen. Ja, Mila, ist okay. Du musst unterschreiben. Nee, ich bin doch nicht dein Vater. Hier wohne ich. Zeig dem alten Mann nicht, wo du wohnst. Ach so. Ich wohne da nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin doch nicht. Ich bin Biti. Ich bin Biti. Sind wir keine Freunde mehr? Ihr habt das große Leuchten ohne mich geholt. Du wolltest nicht mitspielen. Wollte ich wohl. Ich habe dir sogar direkt am selben Tag noch ein Bild davon geschickt. Hättest du ja sagen können. Oh, wie macht man das? Machst du das mit mir zusammen? Halt deine Klappe. Ich verstehe deine Kindersprache nicht. Aber nein, du hast mir nicht mal geantwortet. Ich höre nur Gigi-Ga-Gugi-Gu. Ich dachte, wir sind Freunde und du antwortest. Ich dachte auch, wir sind Freunde. Aber seitdem wir dich in Mila verliebt hast und du merkst, dass du keine Chance hast, du bist, hast dich verändert. Oh Scheiße, das ist aufgefallen. Da wohnst du. Ich glaube nicht. Ich kann mit meinem Fuß spielen. Ich packe gleich Peanut aus, Alter. Und segle mit dem. Und dann kommen wir nicht vom Fleck, Alter. Dann angele ich nämlich wieder. Gefällt dir das Lied oder willst du ein anderes hören? Wo fahren wir nochmal hin? Oh, Musik, ich mach mit. Oh, du hast den Schädel nicht bekommen. Ne, da ist ein Snack im Wasser. Hol den raus. Ey, dann müsst ihr mich raushalten, meint ich. Wo geht der hin? Er hat geguckt, ob wir richtig fahren. Ah. Aber wir fahren nicht richtig. Wir müssen in den Westen. Weißt du, ich hab ne Crew. Die könnten mir dabei helfen. Wobei? Ihr steht hier vor dem Ding, als wäre ich der Eismann, Alter. Ihr kleinen Rotzblagen. Willst'n Brett? Wir haben sehr viele von den Karten, ne? Ja, ich weiß. Guck mal, siehst du das? Die Tür ist in meiner Hand. Ne, das so klein hat, sieht man nicht. Hier. Ja. Kannst du sehen, was er da hat? Vergessen. Ich hab das steuert. Oh. Hey, Mila. Könntest du gehen mal zur Seite? Hab ich dich nicht getroffen? Nee. Hey Curtis, steh auf. Curtis, du musst steuern, rudern. Mach etwas, Jung. Hey Curtis, wir fahren auf den Insel zu. Machen wir Haier jetzt? Okay, Gott soll uns lenken. Ich hasse euch. Wenn ich jetzt... Okay, Curtis ist wieder Captain. Schätze! Ich bin wie Boogeyman vom Wrestling, der hat auch immer Würmer gegessen. Guck, Mila, hier willst du auch? Ja. Hier. Guck mal, ob wir auf Kurs sind. Danke. Guck mal. Und die Segel könnten auch mal im Wind, ne? Ja, wir sind auf Kurs. Jetzt weiß ich, wie sehr ich den Johnny letztes Mal genervt habe, als ich mir Peanut hier gezockt habe. Beim Gyfi müsst ihr euch das so vorstellen. Wenn der mitspielt, der ist die ganze Zeit AFK, macht gar nichts. Aber erst, wenn du dann heißt, ja, da sind wir schon so, dann kommt der. Dann holt er sich seine fünf Minuten Spaß und dann ist er wieder AFK. Hört euch das nicht an, der lügt. Du lügst. Sind wir auf Kurs? Ja. Ja. Mila, dein Essen muss aus. Oh nein, wir müssen in den Westen. Jetzt schon wieder Richtung Süden. Dann wirst du auch später, wenn du mal größer bist. Westen ist die Richtung. Womit habe ich das verdient? Guck, beide AFK unten. Hey, ich bin am Kochen. Und ich bin was am Machen. Am Kochen. Fuck you, guck nicht so. Fischi, Fisch. Fischi, Fisch. Fischi, Fisch. Ich weiß nicht, ob wir zusegeln. Ich sehe, geht nix, ne? Warum haben Boote eigentlich keine Spiegel? Ich bin mir ziemlich sicher, es gab keine Spiegel. Warum, es gab doch schon Fensterscheifen. Lüge. Und Live Arrow, Dankeschön, Fettix. Oh mein Gott. Was ist das hier? Das ist ein Eisbär. Oh, wir müssen links. Wie viel siehst du aus? Was hast du? Wir schwindelig. Wir sind schwindelig. Bin ich nicht heftig? Ich dachte, du gefallt ist dir besser. Das hieß nämlich meine Schwester, weißt du? Ja. Wenn das nicht... Das leide ich in die DMs rein. Junge, ich hab keine Ahnung, wohin wir segeln, Alter. Sind wir noch auf Kurs? Ich klicke nach. Ja, wir fahren richtig. Ne, wir fahren dran vorbei. Das ist rechts von uns. Rechts von uns? Ja. Der kleine Außenposten, ja? Ich glaube, das Ding da, ja. Das kleine. Dann zieh mal Anker. Warte. Das gehe ich auch öfters zu sagen. Das kleine Ding da. Alter. Ja, du musst den Anker auch wieder hochziehen. Achso. Joko, wie siehst du aus, Alter? Hab ich hübsch gemacht. Weil jetzt wir auf andere Piraten treffen. Jetzt sind die ja abgelenkt von mir. Ich stelle euch mal vor, ihr geht... Komm mal her, komm mal her. Ihr geht fünf Stunden lang fahren, habt die übelsten Kisten und so einer kommt und fängt euch. Ich wäre mad. Ich sehe nix, ne? Ich hab keine Ahnung, wo wir hinsehen. Ist das hier links, das Ding? Ich gucke gerade, ob das das richtige ist. Ja, das kleine Ding. Kannst du nicht glauben. Oh mein Gott, da kommt der Junkie-Pack schon wieder durch hier in den Piratenpommes. Was hat für's ich mein pinkes Schiff hab? Oh mein Gott. Schieß uns mal ran, rief ich. Schnell. Hey, das Ding ist schon abgegangen. Wollen wir mal gucken, ob wir das noch verzichten können hier. So, wem müssen wir denn hin? Ich seh nix, Alter. Dem hier? Ja. Ja, hoff. Geht noch. Kriegen wir doch 50. Die Seide will der auch haben. Jo, so wenig kriegst du dafür, nur wenn du zu spät kommst. Schauen, was er für die kaputten Gläser nimmst. Da mach ich ja mit dem Aufhörder in der Taverne mehr. Kleinvieh macht auch Mist. Guck mal, was er hier anbietet. Die gute Frau. Hi. Hi. Oh, Kacke. Say hi to Dryland for me. Ja, du mich auch. So, Mila. Wo müssen wir hin? Ähm, bestimmt wieder den ganzen Weg zurück. Ja, wo ist die Nachricht? Hm. Ja, wo ist die Nachricht? Achso. Achso. So, jetzt. Junge, wie siehst du aus? Hä? Sieh ich nicht schick aus? Guck hier. Da müssen wir hin. Ähm. Warum lachst du? Warum lachst du? Warum lachst du? Wir müssen vom Finest Trading Post zum Außenkosten Golding Cent. Ich brauche einen Kurs. Ja, 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 ja. Jetzt warte erstmal, ja? Wer kann das so gern? Ja? Komm mal, wie ich mich freue. Du siehst aus wie der Vater von Ronald McDonald, Alter. Ähm, Nord... Ich bin nicht auf dem Vater von Ronald McDonald. Ähm, Nordwesten musst du. Okay. Kannst kaum erwarten, wenn es den nächsten schönen Zettbewerb wieder gibt. Ich seh Vögel. Sag mir Richtung. Ähm. Nordwesten von uns. Wir sind Nordwesten jetzt. Ja, dann fahren wir gut drauf zu. Oh, Junge, du siehst aus, ne? Ich hab's Wörmer. Oh. Das war zu sauf. Wer hat die Kötze gemacht? Ich hätte das fast ins Gesicht gekippt, aber dann hat sich Angst, dass sie mich anschreist. Oh mein Gott, was mache ich hier? Oh mein Gott, was mache ich hier nicht? wir haben keine sprengfester aber deinem in dem schiff fragt muss ein an der sind wieder wir spielen das schon länger als du wir wissen deshalb ist das auch leer oder haben wir den hinweis schon ich habe ihn schon genommen küsst ihn doch nicht wenn du so bockig bist ich bin gar nicht bockig ihr habt die schätze liegen lassen ich dachte du spielst das schon so lange irgendwie wie ich den charakter übelst nach verfolgen dankbar ist ein spieler richtung ja prachtlieferung ermöglichen wir die welt zu bereisen endlich habe ich eine entschuldigung und selesnacht die richtung nun ach halt's maul keine hören Ja, Norden, direkt vor uns, genau. Die Insel hier rechts, ne, das ist ein Fort. Ja. Da müssen wir auf den Fort hier rechts. Nein. Warte, nein. Ah, da hinten die Kleine, ich sehe schon. Mila. Ja? Man sieht deinen Pogo. Ja, Mila, hör auf rumzutrollen. Hör du auf, rumzutrollen. Wir können die kurz anhängen und springen fester holen, ne? Was sagt ihr? Ja. Anker, Anker, Anker. Ja, Mila, Anker, ich mach schon. Ich hab gemacht. Ich hab gemacht. Nee, ich hab gemacht. Weg dich. Deja vu. Wir brauchen keine, brauchen wir Kugeln. Ne, Kugeln brauchen wir nicht, aber Sprengpester können wir da holen gehen. Angefahren. Komm, dann hab ich nichts Ruhe, zwei Minuten freu. Das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Komm mal, ich bin hier drüben. In den Türmen sind auch mal welche drin, ne? Ja. Das hintere Segel ist noch hoch. Wenn du den Anker ziehst, fährst du gerade aus. Ja, ist ja nicht schlimm. Willst du uns aussetzen? Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja auch nicht schlimm. Bumm. Das muss so sein. Ja, so. Stiftung Warten. Ich kann jetzt hier gleich drauf springen. Oh. Ich bin mir nicht sicher, ne? Aber ich glaube, wir laufen voll. Ich glaube nicht. Ich glaube doch. Boah, ist das schön. Die Ruhe. Oh ja, ist das fortaufgeschlossen. Warum verschießt du den Stab? Der war geschenkt. Da hinten ist noch eins gefickt. Wo? Links. Mein links oder dein links? Mein links. Dein rechts. Hier. In dem Turm. Der vor dir, der ist oben. Aber die Miele hat schon fast alle gelootet. Guck mal, Kurt, ist drüben. Hör auf. Ach so. Ja komm, vier Stück reichen, oder, Mila? Ja. Roger. Oh, da hinten ist eine Galeone. Aber Geister, ne? Nee. Nee, nee, Spieler. Direkt vor uns an der Insel. Gar nicht weit weg. Falten wir? Entweder fighten wir jetzt, oder wir machen das. Könnt ihr euch auch so. Meister, egal. Rechte die? Ja. Ihr entscheidet, dass ihr es gesägelt habt, den ganzen Tag. Mir ist das egal. Mir auch. Also fighten wir. Du hast getrunken. Du hast das Fass an. Nein. Hat das doch wieder ausgemacht. Was gepustet. Das hat heute so viel Angst. Zu, Alter. Gar nicht. Das habe ich mir anders vorgestellt. Also gehen wir fighten. Da müsst ihr beide mal mit Sprengfässer runter, ne? Okay. Ich werde sogar extra im mittleren Frachtraum zünden. Wie hat denn das aufs Schiff gelegt? Wir werden richtig in die Reihen crashen, ich sage es euch jetzt schon. Ich bin so hübsch, die greifen mich gar nicht an. Wo sind die denn? Seid vor uns jetzt. Eine Insel weiter. Ah. Oh. Oh. Ja. Oh. Hey. Mila? Oh. Alter. Alter. Doodododododo. Doodododododo. Doododododododo. aber nicht lecker mit dir wahrscheinlich unser letzter kampf heute sein wir haben die segel oben ich glaube schon wir haben die oh mein gott hier sind so am arsch haben wir freuen sicher die karotti alter und wir haben volle kraft voraus jetzt der dir vor wo du musst leicht rechts fahren der dir vor auf einmal springt da sein hat der aussieht wie ich mit dem sprengfass in hand auf dem schiff wo es gar nicht was abgeht keine volle möhre mehr aber das schaffen wir ich sage wir gewähren nicht untergehen ich sage wir werden die fall untergehen lassen ich würde schon mal hona kommen gleich ich glaube das ist einfach nur ja noch nicht mal ich glaube die sind gerade erst gespawnt egal wir versenken die trotz damit die direkt wissen wem das server gehört ja direkt in den fleim hat und sein geister schiffen damit die direkt wissen was hier abgeht alter wo geister schiffe links ganz viele er macht euch bereit will er kommen schon mal runter ja und nix schreien was verboten ist die sinken nicht oh mein gott die haben vorher schon aufgegeben die sinken oder ja ja die sinken schon aufgegeben ich glaube die wollten aufhören oder kann das sein halt die klappe flammkopf nicht gut wir segeln dafür rein die fässer wieder hoch bringen bringen mein fass hoch schade marmelade kann einer mir die richtung geben von den dings dann schade marmelade kann einer mir die richtung einfach nur in den süden erst mal ok muss ja hier vorne sein schade wollte tinkelpäckchen seid ihr müde was mit euch hallo piratenpommes machen auch spaß schade war genau heizt mul er hat es nur auch rauppappapapa rapapapa riepapapu was hat er da? was hat er da? was hat er da? was hat er da? Nein, wenn du auf den schießt, dann frisst du uns auf. Tut er nicht. Doch, das ist Seemannsmärchen. Du gehst eigentlich auch auf Piratenlegende, Giffy. Ja. Damit wir die dicken Athena-Quests machen können. Ja. Und wann gedenkst du, das fertig zu haben? So nächstes Jahr? Wow. Der ist doch voll dabei. Warum beschützt du den jetzt? Ist das dein Erstgeborenes? Nein. Ach so, nein. Mach mal lieber die Segel im Wind. Sonst kicke ich dich auf 719. Oha. Oha, was sagst du da? Was sagst du da? Ich bin überall schon Level 47. Echt? Ja. Na echt jetzt? Klar. Du lügst. Nein. Ja, siehst du? Du lügst. Ach ja, mach Screenshot. Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Der ist so doof, der fotografiert sein Handybild mit seinem Handy den Bildschirm ab. Was suchen wir jetzt eigentlich? Die Insel hier, ne? Bei uns? Oder? Nee, nee. Die noch nicht. Streiter, Dynamit, Phlox, Rumpel, Life Arrow, Phatex. Dankeschön. Danke für den Zap, Abub. Eule, Eule. Das ist klar, ich übernehme den Stream jetzt hier auf der Stelle, okay? Das ist meiner jetzt. Okay. Was ist das, was so leicht geht? Man weiß, was wir eigentlich mal versuchen müssten. Es gibt bestimmt ein paar, die zugucken, die das ausspielen. Wir müssen echt mal versuchen, so eine Allianz zu machen. Es gibt irgendwie sogar Allianz-Server oder so. Aber keine Ahnung, wie man da drauf kommen soll. Ich hätte mir mal vor, wir fahren mit zwei, drei Schiffen rum, Alter. Alter, voll geil. Dann werden wir... Wir zerfetzen noch so schon alles. Jetzt links von uns. Dieses Fort? Ja. Da müssen wir drauf. Ja. Sicher? Ja. Nein. Nein. Doch, dann lies doch mal die... Dings, äh, das ist falsch. Wie, das falsch? Nein, nein, was ich hier in der Hand habe, ist falsch. Äh, endlich eine Entschuldigung, um Sailors Not Stronghold zu besuchen. Ja, okay, dann müssen wir doch echt hin. Dann könnte doch nochmal ein paar Strengfläser mitnehmen. Aber waren wir nicht da gerade drauf? Nein, ne? Nein. Doch, waren wir. Mach mal bitte Segel, ja. Mach ich. Ich bin eine gute Schiffsfrau, natürlich mach ich direkt Segel. Du siehst aus wie der Shepard aus dem GTA-Dings. Aus wer? Aus was? Shepard, Junge. Was ist denn da? Hier ist ein Smarad. Dankeschön. Hier ist ein Sprengfass. Wir brauchen einen Hinweis. Einen Hinweis, einen Hinweis. Und einen Schlüssel. Und einen Schlüssel. Ja, der sollte ja easy zu finden sein, hier. Kann auch ein Blut versteckt sein. Das würde man meinen, nicht wahr? Gewiss. Mein WoW-Charakter heißt Pips. Und ich war gestern mit so Engländer Raid und die die ganze Zeit haben die den Namen so gesagt. Aber Mäler da vorne sind Dings, ne? Was? Äh, Möwen. Was suchen wir jetzt? Einen Schlüssel, ne? Einen Hinweis, einen Hinweis. Hier liegt... Oh, das ist die Insel, wo wir vorhin waren, Mila. Wo wir den Raid gemacht haben, weil hier liegt nur die T-Kiste. Oh. Äh. Wir haben vorhin so einen übel schweren Raid gemacht, Giffy. Ich hab gesehen, bisschen. Ich hab reingelökt. Ach, voll gut. Bisschen musste ich weinen, weil du gesagt hast, wir sind alle keine Freunde mehr. Ich dachte, wir sind Freunde, aber du hast uns ja geditscht. Du gehst ja lieber Mittagsschlaf machen. Ja. Obwohl wir uns fest vorgenommen haben, dass wir mit großem Schiff zusammen segeln. Ich hab... Du sagst immer, boah, das große Schiff ist voll blöd. Das große Schiff ist auch kacke. Ich hasse das wie die Pest. Dann hab ich dir auch einen Gefallen getan. Aber weißt du, was du noch mehr hast? Aber wir wollten dich dabei haben. Leute, die nicht absagen, sondern einfach Heier machen. Wusste ich, dass ich einschlafe? Hm, wusste ich das? Ja, du wirst müde, bevor du einschläfst. Da kannst du kurz zu deinem Nokia greifen und mir schreiben, mein WhatsApp. Ich bin so müde. Ich dachte, anstatt mir mal Bilder zu schicken, wo du irgendwelche komische Strumpfhosen anhastst. Und meintest, hey, kommt das Kindisch rüber? Mit deiner Pinocchio-Strumpfhose? Ich dachte, ihr kennt mich. Ich lag im Gitterbett. Ich bin nicht an mein Handy rangekommen. Blüge nicht, du hast da deine Schnuller an so einer Kette und das Handy auch. Nein. Doch. Das ist keine Ausrede mehr. Ich bin nicht den Hinweis. Wir sind doch 100% wieder falsch. Nein, das ist richtig. Ohl, schreibe mich noch einmal an. Warum schreist du so? Ich habe den Hinweis gefunden. Wir sind alle dreimal vorbeigelaufen. Der ist hier vorne direkt. Oh ja, richtig. Halt mal, ich treffe das nicht. Hilfe! Ich hasse die Schrotflute. Ich hole meine Pistolen nicht wieder. Aber immer noch kein Schlüssel. Bist du sicher, dass wir hier den Schlüssel holen müssen? Jein. Dann guck auf den Hinweis. Also ich schieße die Fässer nicht hoch. Bei mir platzen die immer. Wow. Danke, Leiste. Bei mir klappt das nicht. Ja, schade. Ich komme nicht ran. Wiela, du kommst zurück. Nimm mir das Fass ab jetzt. Kommt ihr auf den Hinweis gucken? Ja. Boah, für den Tag schon wieder, Alter. Also so viel Spaß hatte ich schon lange nicht mit einem Spiel. Oh. Lagoon of Whisperers. Es muss Schicksal sein, dass wir heute Nacht an unserem Hochzeitstag so nah an Lagoon of Whisperers vorbeifahren. Wir müssen in den Norden. Warum wir die da oben hin machen? Wenn ein feindliches Schiff da oben hinschießt, dann brennt das nur. Wenn wir die unten irgendwo hin tun, explodieren die, wenn die uns treffen. Und dann sinkt unser Schiff. Also die explodieren auch oben, aber dann wirklich nicht mehr damit. Ja, aber dann geht unten nicht kaputt dann. Ja. Ja, das brennt dann nur und das geht, also der Mast geht, fällt runter. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, dass der Mast nur brennt. Oh mein Gott. Einer muss Wasser schöpfen, schöpfen. Es ist, wir laufen voll. Kannst du dir vorstellen, dass wir schon seit sechs Stunden oder so spielen und das Boot noch nicht einmal gesunken ist hier? Uh. Was heißt denn hier? Du sollst sagen, wow. Wow. Haben wir in den Himmelsrichtung? Wir sind in den Eintag zehn Stunden gesegelt. Haben wir in den Himmelsrichtung? Norden. Haben wir in den Himmelsrichtung? Norden. Sag doch nochmal, wenn wir in den Himmelsrichtungen haben. Ich habe Nord verstanden, Junge, ich dachte, du machst jetzt einen auf Spanier. Nein, Norden. Nord ist auf Spanien. Ja, besser hin. Wir haben da unten immer noch... Ich weiss da nicht so sehr, Junge. Du bist einfach... Was haben wir? Nee, wo kommt hier Wasser? Das ist eine Lüge. Ich habe das gerade gesehen. Ich habe nur in die Hose gemacht, denn ich habe nichts anderes für mein Kleid. Ja, und du hast aber eine Pampers an, Junge. Mit extra Saugstacken. Du sollst mich nicht immer so ärgern, deswegen... Müssen wir da vorne auf die Insel? Nein. Äh, Bollack. Links, 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 weiter links. Nordwesten müssen wir jetzt, weil du falsch gesägelt bist. Du hast Norden gesagt, Junge. Ja, wir mussten auch in den Norden, aber du bist in den Nordwesten gesägelt. Es ist 39, das ist immer nur Milchzehn, haltet Maul. Und Justin, Dankeschön. Nur der HSV, Bruder. Hat HSV bei der EM auch mitgespielt? Ja, ne? War nämlich Halbfinale. Ja, ja. Die haben doch den Engländer mit Laserpoint in der Nase geleuchtet. Ich glaube auch. Was war eigentlich mit Deutschland bei der Europameisterschaft? Oh, da ist ein markiertes Schiff, das auf uns zukommt. Auf und zu. Also, aber, aber das fährt gerade Richtung Plunder Valley. Ja, Richtung Plunder Teilchen, ne? Also, es ist quasi hinter uns irgendwo. Ich frage mich, wann der erste FC... Oh! Jetzt links ist das, ne? Links von uns ist die Insel gleich. Ich frage mich, wann der erste FC Junkie Park bei der nächsten EM dabei ist. Deutschland ist doch nicht in Europa, stimmt. Deutschland war Asien, ne? Mal weiter Westen jetzt. Genau. Hallo, Bova. Ich bin ein scheiß Fußball. Ich hab's im Video gesehen von Reddit, Alter. Jetzt segelst du genau drauf zu. Da haben Spanier so ein Pizza-Taxifahrer, so ein Rollerfahrer vom Roller getreten und so nur die verlorenen Idioten. Was ist denn daran lustig gefickt? Das ist nicht lustig. Ja, warum lachst du dann? Weil du nur ein Kind bist. Weil ich mir was anderes angeguckt hab. Will ich dir auch raten. Das ist nämlich nicht lustig. Ist es auch nicht. England hat doch auf Twitter voll reingehatet gegen Deutschland. Wir haben so ein kleines deutsches Mädchen beleidigt, weil er geweint hat, Alter. Jo. Aber hast du gesehen, dass einige so ein Go-Fund-Me, heißt das so? Für das Mädchen? Ja, für das Mädchen und die Familie gemacht haben. Segel hoch, ne? Übrigens, by the way. Hoch. Oh ja. Wir fahren auf die Insel. Ja, Anker kannst du ziehen. Wir haben 36.000 Euro eingenommen schon. H kann jetzt aber der Schlüssel sein, ne? Weil der nächste Step wird das Schiff sein. Aber kann auch sein, dass wir keinen Loot-Room haben. Und das Mädchen will das Geld nicht gespendet, das ist cool. Brennt. Und welches Team hat mit den Laser-Pointern geleuchtet? Keine Ahnung, hab ich gesehen. Ich glaub, das war auch England, oder? Müsst du mit denen hier quatschen vielleicht? Ich hab den Clou schon gefunden. Oh, hier gibt's Tattoos. Boah, was? Wirklich? Ja, Mann, hab ich... Oh. Boah. Check mal her. Boah, das ist cool. Das kaufe ich. Oh. Das sind normale Tattoos. Die kann man auch so kaufen. Die sind nicht besonders. N-n. Hier ist ein Buch. Du bist ein Buch. Hast du schon... Was hast du gefunden, Mila? Ein Clou hab ich gefunden. Und Schlüssel? Und Schatz... 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 Schlüssel hab ich noch nicht. Also entweder gibt's gar keinen Loot-Room. Oder... Wir haben den Schlüssel. Aber eigentlich... Oh mein Gott. Aber eigentlich müsste der Schlüssel auch da liegen, wo der Hinweis ist. Wir nähern uns F-11 und ich kann Fässer im Wasser sehen. Die Crew lässt sie mich aber nicht durchsuchen. Spielverderber. Also F-11 müssen wir jetzt nächstes... Ja, dann wird das... Lobbuch bei F-11 sein und das war's. Oh. Nee, F-11 gibt's nochmal Fässer. Nein. Das klingt doch nicht nach untergehen. Oh. Ist rechts von uns. Oh, da ist ne Schaluppe, die fährt davon zu. Das markierte Schiff im Südosten. Ja, oh, liebe Beef mit uns. Kommt. Geh hoch. Komm, wir haben die PvP-Flagge. Ja. Schießen oder Sprengen? Mila kann einen Sprengen fast. Komm, schnell. 2 Sprengen fast oder 1? Beide. Und da. Bye. Have a beautiful time. So, jetzt müsst ihr Segel machen. Die wollen Beef mit uns, Alter. Die kriegen Beef. Okay, wohin Segel? Ja, wie... Ihr guckt doch einfach in den Wind. Die denken jetzt, ha, guck mal, die Angst haben es von weg. Aber wir kommen, ihr Motherfucker, wir kommen. Mila, ich schmeiß den Fass runter, ne? Ach so, okay. Das ist halt nur eine Schaluppe, das ist halt so... Da unten eine Schaluppe hat uns letztes Mal auch schon auseinandergenommen. Ne, das wollte ich damit nicht sagen. Ich würde aber sagen, zwei Sprengfässer werden die absolut aus dem Leben kommen. Segel nach links, Segel nach links, schnell. Let's go, Mila, let's go. Oh, die sind ja schon vor uns. Schnell, 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 schnell. Wir brauchen Speed. Oh, wir fahren voll auf die zu. Ja klar, wir rammen die auch weg. Rechts weiter ein bisschen. Ja, ja, ich zieh schon. Aber die ziehen rechts. Oh. Hakt den ein, hack den ein, hack den ein. Der kommt. Oh, wir rammen die. Hakt dich ein. Ey, es ist vorbei. Ne, geht nicht. Ihr kommt zurück. Schön. Ich komm nicht an die ran, ich komm nicht an die ran. Hier ist ein Sprengfass im Wasser. Oh, ja. Die werfen nur Brandbaum, komm, komm, komm. Ich bin gestorben. Ihr müsst unten hin, ihr müsst unten hin. Ich bin gestorben, die haben mich. Ja, nicht schlimm. Als eine nur. Warum müssen wir unten hin, was redest du da? Hä, weil da ein Sprengfass im Wasser war. Weil da zählt sie da. Nein, müssen wir nicht. Ja, okay. Nee, ich wollt nur, ne, bevor es später ist, wir lassen sich einfach, weil ich kann ja was gedacht. Komm mal lieber her und löscht das Feuer. Oh, einer von denen ist auch tot. Achso, hat dich beide gebumst. Hello, my friend. How are you? Einer muss das Steuer übernehmen da, ne? Ja, ich bin, ich komm jetzt grad wieder. Wir beide kommen. Ich bin jetzt wieder da. Ich lege dich nicht. Alle ist rechts von uns. Äh, das lädt noch bei mir so lange. Wie lebe, bist du gesteuer? Äh, ich dachte, du bin nicht so gut bei diesem Großen. Ich hab das direkt gesagt. Geh weg, geh weg. Wenn nicht, müssen wir auf den schießen. Ich muss mir schnell mal eine Sniper holen. Ah, der fickt uns, ne? Ich sag das jetzt schon mal. Anker den. Oder schieß er, Fink. Ich glaube, hast du gehittet. Schön. Ja, der geht vorbei wegen der Welle. Ist nicht schlimm. Aber wie dann halt? Einer muss die, die Segel machen. Ich hab ne Ankerkugel. Okay, dann macht keiner die Segel. Ich mach Segel auf Faltmast. Wie, auf Faltmast? Bist du socken? Ja, weil Falten machen bietet nicht so viel Sinn. Doch, weil der uns uns fickt. Weil der ist viel wendiger als wir. Guck, der ist immer rechts von uns. Du bist der Käpt'n. Ich hör auf dich. Benutzen wir auch die Geisterkugeln bei dem. Oder wir machen jetzt den finnischen Move. Wir machen Anker und dann zu dritt hoch. Können wir auch. Den triffst du nicht, Mila. Den triffst du nicht. Dann ziehen Anker. Komm zum Anker, komm zum Anker. Okay, Mila, dann nicht. Ja, die hört einfach nicht zu. Was? Ja, du willst machen, was du willst. Das ist okay. Hä? Du solltest zum Anker kommen. Ich hab nicht gehört. Braucht ihr eure Sonderkugeln? Geisterkugeln? Hier, hier. Die sind alle hier drin. Der ist vor uns. Du kannst ihn gleich wieder ankern jetzt. Der wird uns suchen. Anker den. Zieh den. Zieh den. Zieh den. Junge. Zieh, bist du besoffen oder so? Oh, ich kann. Okay. Ja, das war's mit deren Mast. So. Seid ihr besoffen oder so? Warum? Zieh den doch mal. Das Ziehen, das bricht direkt ab. So wie der ein bisschen weiter weg von uns ist, hört das wieder auf. Ich hab jetzt deren Mast umgehauen und jetzt stehen die da genauso wie wir. Ich hab hier schießt hier einfach, wenn ich bin. Äh, diese Möhlwellen. 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 Einer muss schütten. Ja, ich schütte. Oder macht es schütte? Äh, nee, was wir jetzt grad machen, ist... Ist halt Käse. Und der Typ ist nicht schlecht, wenn Mila ist tot. Das mein ich mit Zaloufe. Was wir hier grad machen, ist absoluter Bullshit und deshalb zerfickt der uns auch. Ja, wir treffen halt alles und wir fahren die ganze Zeit an ihm vorbei. Das Ding ist halt, einer muss schütten, hab ich grad schon mal gesagt. Und Gyfi macht einfach gar nix. Du musst schütten, sonst gehen wir unter. Nein, du musst schütten, wir sind unter, wir gehen unter. Ich schippe doch gerade. Nee, musst du nicht. Natürlich, guck doch hier hin. Schütten. Ja, jeder macht grad sein eigenes Ding hier. Oster, jetzt arbeiten wir grad im Trieb. Die Sache ist, die stehen direkt hinter uns und schießen die ganze Zeit auf uns. Und unsere Massen sind da und die kommen halt nicht vom Fleck. Ja, dann warten wir jetzt auf Mila und die Mila macht die Massen. Mila ist wieder da. Ich mach den Massen schnell. Sollen die alles verschießen? Nur wenn ich sage schippen, dann schippen sofort. Oh, Alter. Du bist gut? Ja, der hat mich genau mit der Kugel getroffen. Es ist ruhig geworden. Die werden wahrscheinlich nicht mehr offen. Okay. Ähm. Ich muss mich hier empfehlen. Schippen sofort schippen. Ich hab noch Blackscreen mit dem Reinen da. Ihr müsst reden miteinander, ne? Mhm. Ja. Dann redet. Ja, was sollen wir reden? Ich bin am Schippen. Ja, wir sind beide am Schippen. Wir sehen uns hier. Ja, Schippen brauchst du hier jetzt nicht mehr. Ähm. Hebe mich auf hinten. Oder ich schmier's von mir, verstehst du? Der nimmt uns halt komplett auseinander. Ja, wir können halt nichts machen. Wir müssen durchgehen am Schiffen. Dann nehmt euch ein Sprengpass und versucht rüber zu gehen. Du musst schippen. Du musst schippen. Ja, ich schippe. Wenn du wieder da bist, dann gehe ich rüber und zunde deren Anker. Nee, der weiß nicht, was er tut. Das ist ziemlich easy als Schillippe. Weil du bist so wennig. Du musst einfach die ganze Zeit nur im Kreis gehen. Wir spielen. Also, wir spielen gerade scheiße. Ja, das stimmt. Weil wir von Anfang an nicht zusammengearbeitet haben. Aber wir können halt noch gewinnen. Ich bin jetzt wieder da. Sag, wenn ich los kann. Ja, ich schärte das gleich wieder von Tief. Der Flex bin noch. Das ist immer so lange dauert, dass wir allen waren, ne? Bist du da? Einer geht dir rüber. Also, versuch das. Bin drüben. Ja, ja, die haben schon fast keine Kugeln mehr. Der eine ist über low, aber die haben mich halt abgekämpft bei der Leiter. Ist tot, ist down. Nicht zu mir, nicht zu mir gehen. Oh mein Gott, du hast mich getötet. Ich hab dich getötet. Ja, weil du in Flammen standest. Jetzt werden die uns da schön schon versenken. Ich glaube, sie sind beide tot von denen, ne? Ja, wir sind, wir sind, wir sind, Kiki und ich, wir sind beide down. Ja, ja, bestimmt. Ja, halt schon wieder alles, aber immer noch flexcreen. Die sind beide wieder da. Ich komm jetzt auch wieder. Boah, bin tot. Bei uns ist einer oben. Bei uns ist einer oben drauf. Mila, vorsichtig. Ja, ja, ich bin tot. Okay, die haben uns komplett zerrissen. Ja. Das war da verloren, wo unsere beiden Masten da unten waren. Das ist da verloren, wo wir nicht zusammenarbeiten, ganz einfach. Weil jeder sein eigenes Zeug macht. Der eine schießt da die ganze Zeit, obwohl ich sag, anker den oder mach dat, mach dat. Nö. Ja, wie soll man den denn ankern? So, wie? Ja, sind gerade untergegangen. Dieses Ding. Ich hab einen nochmal getötet. Was ist das für ne? Ich bin nicht mädt oder so, aber das ist bescheuert, was du sagst. Ja, aber. Du sagst so dieses Ding mit dem Anschießen, aber das... Nein, ihr beide habt dat gemacht, was ihr wollt und nicht zusammengearbeitet. Wir haben das gemacht, was wir die ganzen letzten Male auch gemacht haben, wo wir alles gesenkt haben. Wir spielen heute seit... Seit sieben Stunden wurden nicht versenkt. Wenn wir mit Demma gespielt haben oder mit dem großen Schiff gefahren sind, haben wir vorm Kampf alle Säge auf Halbmast gemacht oder komplett hoch, dass wir nicht zu schnell sind und dann in dem vorbeifahren. Und dann ist Mila rüber mit Sprengfass und Zweimgeschossen. Wenn du nicht zu schnell bist, gehst du dich die ganze Zeit aber im Kreis und der fährt um dich rum, wie der das gerade gemacht hat. Ja, der hatte aber auch nicht sein Segel unten. Der braucht seinen Segel und hä? Bist du besoffen oder so? Junge, der zieht einmal nach rechts, Alter. Der fickt uns weg. Hast du ja gesehen, was der mit uns gemacht hat. Nö, ist kein Salz. Ist einfach nur so... Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Kämpfe gehabt die letzten Tage. Wir waren halt alle drei durchgehend am Schippen und die konnten die ganze Zeit davon schießen. Ja, aber die kamen ja nur zu der Situation, dass wir drei schippen müssten, weil wir halt eben nicht zusammengearbeitet haben. Verstehst du das? Du musst halt zusammenarbeiten. Die sind, die sind trotzdem noch markiert, ne? Wir können die... Aber es ist schon echt spät, a la... Schon gleich 10 Uhr. Die werden uns aber auch wieder auseinandernehmen. Dann los. Quatsch, einfach nochmal richtig vorbereiten und fertig. Wir müssen aber alles, alles neu machen. Also wir haben keine Sprengfässer, nix. Die werden uns jetzt wieder genauso auseinandernehmen. Das ist halt der Vorteil einer Schaluppe. Da musst du gut mit zwei Master entgegenwirken. Du hast verloren. Ja, Schaluppe ist easy game. Also jetzt haben wir ja eh nichts mehr so, wenn ihr wollt. Du könnt ja auch Schaluppe wechseln. Nee. Wenn ihr noch spielen wollt. Boah, das ist jetzt aber ein unbefriedigendes Dings, alter. Abschluss, wenn ich jetzt aufhören, ehrlich, alter. Das ist ja so... Aber wieso? Weil letztendlich... Wir gehen jetzt noch ein... Wir gehen jetzt noch zwei Sprengfässer holen und dann gehen wir nur einen weghauen. Oh mein Gott, wir sind mitten im Sturm. Du musst nicht schippen, das ist nur der Regen, ne? Sieben Stunden haben wir heute alles verschossen. Und Schaluppe ist halt schwierig. Vor allem, wenn die wissen, ob ein bisschen was sie zu tun hat. Segel. Erstmal raus hier. Das Segel erstmal gerade und dann guck ich, in welche Richtung ich das machen muss. Bleibst du jetzt auf dem Kurs so? Ja, auf dem Kurs besser nicht, weil so fahren wir rein. Du müsstest links fahren. Ah, das ist schwer. Aber ich mach... Er macht Segel. Wir müssen Segel gerade auslassen, wenn wir straight links fahren. Aber da vorne ist ein Fort, ne? Bringt aber nichts Sprengfässer zu haben, wenn man im Sturm ist. Ja, aber da vorne ist der. Wir fahren doch gerade aus dem Sturm raus, oder? Ja, aber wenn der dazu kommt... Also wir wissen ja nicht, von wo kommt der Sturm... Oh, ja, nur zwei Sprengfässer um einen. Einen will ich nur versinken. Schatz gespendet? Die gespendet. Hatten wir irgendwann noch... Einen Schatz hatten wir noch auf dem Boot, ne? Ja, wir hatten mehrere Schätze auf dem Boot. Wir hatten super viel. Und hat es dieses Schatz gespendet? Ja, dann sag mir mal einen Kurs, wohin ich fahren soll. Du bist wahrscheinlich, wenn man Schätze verliert. Da links, das Fort. Was Fort? Erfurt? Erfurt. Viele Fälle. Ich find das so schade, dass man nicht zu dritt auf ne Schaloppe kann. Ja, ist aber so. Es ist so. Ich fühle mich dir so. Erste schon mal? Ich kann das einfach so ziehen. Ja. Da kannst du dann nicht auch schnell rüber ziehen. Wo bist du denn? Ich bin schon ne Junge. Er hat drei Stück über den Weichen. Ich habe ihn nicht gesehen. Fifi, du musst das Wasser richtig vom Boot runter, ne? Ja. Ja. Ist doch nichts mehr drinne jetzt. Ich bin Captain Dodge, Junge, gefürchtet auf allen Meeren. Nein, die haben uns jetzt nicht angegriffen. Nein, die haben uns zurecht besiegt. Wir müssen nach links. Achso. Mal, gewinn mal, mal. Verliert mal. Haltet ausschaut, meine Freunde. Ja. Ja. Rechts von uns ist ein Zweimaster. Direkt rechts? Ähm, ja. Jetzt, ähm… Du hast einen Kompass, Nina, ne? Jetzt geradeaus. Jetzt geradeaus. Segeln nach links. Haben wir die denn einfach, oder? Tja, wir versuchen es halt, ne? Immer nach vorne? Ah, ich glaube das Piratenschiff, oder? Nein, das ist ein Spielerschiff. Nee, doch nicht, doch nicht. Spielerschiff. Bei uns, ja. Links, rechts? Raus. Ich glaube es sind links. Wo, wo, wo lang fahren die denn? Fahren die so nach links von unserer Seite? Entweder fahren die nach rechts von uns, oder die stillen. Das erkenne ich nicht richtig. Ah, da, die fahren nach rechts bis hin. Fahren auf die Insel zu. Steuerbaut heißt das. Hallo. Ja, die sind jetzt hinter der Insel. Wenn wir da halten die hinter der Insel, oder die kommen jetzt gleich rechts an der Insel vorbei. Was sagt ihr? Keine Ahnung. Jetzt fahren wir halt komplett gegen den Wind. Ja, was soll ich machen? Ich kann nach links ziehen. Aber dann sind wir hinter die. Aber wir holen die heran. Hm. Ja, ja. Mach einfach weiter. Gamecrash. Dann beeil dich jetzt aber. Ja. Weil noch eine Liederlage verkrafte ich heute nicht. Herr Güfi. Und setz mal den Computer neu auf, Junge. Ja. Ja. Und du sollst natürlich den Bomfer singen. Wir wünschen der 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 Bomfer singen. Also wir sehen die immer noch nicht. Das heißt, die haben da gehalten, ne? Ja. Wo ist das schon Nationalhymne? Ne, komm, die habe ich jetzt echt tot gehört mittlerweile. Wie heute nicht der ostdeutsche Seefahrer. Den kann ich nur mit dir zusammensingen, Bomfer. Dein Engelsgesang fehlt. Cool Deckel wieder. Siehst du jemand, Mila? Ich bin nichts. Wenn von gerade kommt immer Segel gerade macht. Kleiner Tipp. Das hat letztes Mal schon mal einer gesagt. Ich glaube, der Demba. Aber der Beatty meinte, nö. Zimmi, zimmi, zimmi. Das ergibt ja auch eigentlich keinen Sinn, ne? Das gerade zu machen. Aber dann blästert er nach hinten so. Sind die da vielleicht in dem Ding drinnen links? Die sind da links drinnen. Ja, die sind da drinnen. Oh. Oh, das ist perfekt, ne? Fahre einfach mal einen Vollschub rein. Wenn wir auch untergehen, ist nicht so schlimm. Bist du schon wieder drinnen, Gryffi? Ja. Okay, hol doch ein Sprengfässer. Eben, also wir können untergehen. Uns ist das egal. Wir haben die nix. Wir haben eh nix. Ich will die nur noch versenken. Ja. Oh mein Gott, die kommen da gar nicht raus, ne? Nein, kommen die nicht. Also so schnell, wie wir anfahren, kommen die da nicht raus. Die müssten halt erst mal drehen. Boah, das Schiff sieht aber gefährlich aus. Ja, gleich nicht mehr. Wenn es den Neeres bunt schmeckt. Aber wir kommen dann halt auch nicht weit weg. Das heißt, du müsstest reparieren. Egal. Oder du kommst rüber und campst. Ich repariere hier nix. Wir gehen unter. Leicht links jetzt. Leicht links jetzt. Pass auf, dass die euch nicht abknallen, ne? Mhm. Mit den Fässern. Oh. 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 Nicht so schlimm, nicht so schlimm. Was hat der da? Was hat der da? Nein. Oh, scheiße. Genau, da meinte ich. Mila. Mila, du bist so viel hochgegangen. Nein, nein. Ihr seid schlecht. Mila, du bist auf dieses Ding gegangen und dann konnte er auf dich schießen. Ja. Der hat dir voll in die Arme geschossen. Alter. Ihr seid schlecht. Ich sag jetzt immer wieder. Wir, ne? Das ist okay. Wir sind schlecht. Mila ist schlecht. Weißt du, wie viele wir schon hochgejagt haben? Du kannst mir nichts sagen von schlecht. Ja, aber ich sag das auch noch vorher, weil die immer wieder den gleichen Fehler macht. Ja, mein Gott, dann ist halt ein schlechter Tag dabei. Der hat dir voll ins Sprengfass geschossen, Alter. Genau in die Arme. Ich bin auf jeden Fall auf deren Schiff. Ich denke mir, das war ja so schlecht. Oh, ich bin nicht auf jeden Fall. Und auch schon wieder. Ich bin unten bei denen. Versteck dich, leg dich hin. Versteck dich, ja. Ich infiltrier dich. Ein, oh, oh. Ich hab Endless Loading Screen. Ich glaub, einen hab ich. Ich glaub, einen hab ich. Die versuchen zu Dings. Das sind zwei Stück. Rein in die Pommes. Wir sind beide im endlosen Ladescreen. Ja, das ist, glaub ich, wenn das Schiff untergegangen ist. Ja, ja, dann... Okay. Dann haben wir leider... Haben wir leider nochmal verkackt zum Ende hin. Junge, das war die perfekte Möglichkeit eigentlich. Jo, und ich hab halt nur vorher gesagt, pass auf, dass ihr euch nicht abknallt. Ja. Und was macht ihr? Ach, komm, jetzt übertreibt deine Lage nicht. Ich muss fahren. Ach, komm, jetzt übertreibt deine Lage nicht. Ich muss fahren. Ja, das tat jetzt weh. Aber der Güffi ist halt nur am rein tollen. Boah. Ja, mein Gott, einen schlechten Tag kann man immer mal haben. Wo ist der Dämpfer jetzt? Das war kein schlechter Tag. Das ist einfach... Vermeidbar ist das. Indem man einfach sich einen kleinen Tick Mühe gibt. Vielleicht liegt das auch an dir. Weil ein kleinen Tick Mühe ist... Boah, du klingst wie mein Vater. Boah. Wo ist der Daddy? Hat die Klappe jetzt. Wo ist der Daddy? Nee, du nicht. Denn einen Tag sind wir 10 Stunden gesägelt und hatten 1.000 Kugeln. Ja, ja. Was hast du von den 1.000 Kugeln? Wenn du nichts versenkst, Junge? Wir hatten gerade den perfekten Moment und ihr habt verkackt. Ja, nein, ihr. Könnt ihr euch da nicht eingestehen? Könnt ihr nicht sagen, ja, scheiße, wir haben verkackt? Ich war das nicht. Auf mich wurde nicht geschreit. Ich hatte das fast nur nicht in der Hand. Ich sage es cool. Nein, ich habe das nicht aus. Nee, du solltest nicht sagen, es ist cool. Ja, Mila, ich habe verkackt, nächstes Mal mache ich besser. Ja, ja. Aber du... Aber ich bin auch nicht mad oder so. Ich sage es cool. Deine Füße sind dreckig. Salz, salzige Meere. Ja, Sea of Sultiness. Hey, wo ist Sulti? Warum spielt die eigentlich nicht? Arbeit bestimmt. Wenn der Kapitän Beatty wüsste. Beatty ist kein Kugel. Nicht mein Main-Captain. Mein Main-Captain ist immer noch Demba. Ja, dann geht der nur küssen, wenn du so viel von dem quatschst. Oh mein Gott. Hol dir den doch. Sieben Stunden streamen. Einer hat einen richtigen Arbeitstag hinter sich. Hat Spaß gemacht, ja. Wenn gewisse Leute sich ein klein bisschen mehr bemühen würden, dann hat er noch am Ende schönen Abschluss gegeben. Mit dir säge ich nicht mehr. Super Streamende, super Abschluss gegeben für Piratenpommes. Jetzt weiß ich, warum du nicht willst, dass der mitspielt, Mila. Ja, kein Problem. Hä? Das habe ich nie gesagt. Wenn ihr an euch nicht arbeiten wollt und euch nicht verbessern wollt, dann bleibt auf dem Standpunkt, wo ihr jetzt seid. Aber kommt dann bitte nicht in meinen Team-Speak-Channel und erzählt mir von großartigen Schlachten, die ihr geführt habt. Und Leute, die ihr laut Mila Zitat jetzt... Boah, Bruder, heute haben wir richtig zerfickt. Heute haben wir richtig zerfickt. Ja, kann wahr. Kann wahr. Ihr zerfickt, geht nichts, wenn ihr so macht. Oh mein Gott, das ist ja ein Tag. Zweimal habt ihr verkackt. Chillax, Mann. Heu doch nicht so. Wer sagt denn heutzutage noch Chillax, Alter? Warum weinst du denn? Warum weinst du denn? Warum weinst du denn? Hä? Voll knorke Chillax. Wer weint denn? Ich wein nicht. Was, du? Ich wein nicht, wenn du da dir besser werdet. Ich will da dir Ehrgeiz zapfen und auf die Zähne beißen. Ich will, dass du da stehst und sagst, okay, ich hab verkackt, aber den nächsten Mal mach ich besser. Ich weiß, was ich will. Alles gut. Captain Dembe hätte die Säge auf Halbmast gemacht, dann hätten wir das gesunken. Wann hast du noch gesagt, ich schick dir Legends-Bilder? Legends-Bilder? Bei Captain Dembe, bei Captain Dembe, bei Captain Dembe. Dann geh doch zu Captain Dembe. Ist leider nicht hier. Ja, weiß ich, finde ich so Bescheid. Ich baue mir eine andere Crew, dann kann Mila mit dem Captain Dembe, aber Captain Dembe. Captain Dembe. Ja, du hast gehört Chat, ne? Keir, das sucht Crew zum nächsten Spring. Ich gehe mit Kapitän Biti und dann suche ich mir nur eine richtige Rakete. Ey, pass auf nicht, dass du ausgegrenzt wirst. Naja, das passiert nur, wenn der Önkel dabei ist. Und wir in Minecraft seine Kühe hauen. Und Bomfern. Ey, Bomfern du nicht. Geh weg. Du spielst die ganze Zeit nur Musik, du machst geh nix. Bomfer, ich nehme dich bei mir in der Crew auf. Das ist das gleiche, das ist echt kein Salz und ich bin noch nicht mad, ne? Ich will euch noch nicht anmachen oder so. Ne, ist okay. Das ist das gleiche wie bei Jamar, ne? Cool, wir spielen BOW und jeder, wenn du hast da keine Leute mit, also keine festen Leute, mit denen du irgendwas machen kannst und jeder sucht sich so irgendwo was. Und Jamar, anstelle der sich irgendwas sucht, nennt man das halt so, ne? Sitzt ihr lieber im Team-Speak und meckert den ganzen Tag. Ne. Ne, blablabla. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Ich glaube, ich hab der Mila, muss ich Video-Deal gucken. Weil CMA gesagt, stell dich nicht mit dem Fass hier vorne hin. Wenn du das machst, dann geh hinter dem Mast hier. Ich wollte auch gar nicht da vorne hin, aber ich bin runtergefallen. Wie du bist runter... Was laberst du? Ich wollte auf den Mast oben hin, aber ich bin runtergefallen. Was für einen Mast wolltest du? Du standst vorne... Auf unserem Mast oben, aber ich bin runtergefallen. Jürgen-Glocke. Jürgen-Glocke. Was seid ihr überhaupt denn schon raus? Ja, ich hab ein endless Loading-Screen. Schade, ein ziemlich beschissenes Ende, aber auch was zu machen. Die Crew ist halt nur so gut, wie der Captain sagt man. Es wird noch mehrere entgegen. Okay, ich akzeptiere das, wenn du sagst, welchen Fehler ich gemacht habe. Welchen hab ich gerade gemacht? Du hast die Säge nicht auf Halbmast gemacht. Soll ich dir mal eine Zusammenfassung machen von Mila? Hört nicht zu. Da Vinci sehr gerne. Das wär echt mal interessant. Was soll das da Vinci? Nur weil ich dich deabonniert hab? Was ist das? Also ich wär dafür mit Compilation weg da. Jetzt werd ich noch mal meine ganze Familie anschreiben und sagen, die sollt ihr disliken. Es reicht. Mila macht dich mit zweiten Account, hast du gehört? Ja, die kommentiert auch weiter. Boah, voll schlechtes Video. Daumen runter und so. Voll langweilig. Immer mit Fake-Account. Voll schlecht geworden, Qualität voll abgenommen. Ja, der Abend hätte besser ausklicken können, wenn Mila sich ein bisschen mehr Mühe gegeben hätte. Ich glaub, mit Güffi kriegen wir noch in den nächsten drei, vier, fünf Jahren hin. Spätestens wenn dem... Ich glaub an dich, Güffi. Ja, ich glaub auch an dich. Danke. Und ich möchte bitte nichts mehr hören von wegen... Wir haben heute voll zerfickt. Wir haben alles zerfickt. Zerfickt haben wir. Okay. Denn seitdem der Beaty hier gelieft hat, läuft nämlich nichts mehr. Muss ich aufnehmen für dich, damit ich dir die Videos zeigen kann? Ja, ja, nimm auf. Nimm das auf. Unter Kapitän Demba, ne? Unter Kapitän Demba. Ja, da wirst du dann sehen, wie zerlegt wird. Oder, Mila? Da ist jemand eifersüchtig. Kapitän Demba. Nö, warum? Geh du mit deinem Kapitän Demba. Ich bleib Kapitän tunesischer Archivmentjäger treu. Weil der hat uns nämlich heute zum Sieg geführt. Ganze sechs Stunden lang. Bis Güffi kam. Bei Demba waren zehn Stunden. Ja, schön. Die letzten Tage... Wie viele fightet hattet ihr? Zwei? Sehr viele. Achso, deshalb habt ihr auch tausend Kugeln gehabt, wenn ihr so viel gefaltet habt, ne? Ey, ja. Wir hatten tausend Kugeln, weil wir so viele Schiffe gesunken hatten. Ah, genau. Genau. Das wirst du auch irgendwann noch kennen, ne? Wenn du mit den guten Leuten chillst. Ich hab heute mit den guten Leuten gechillt und die haben gnadenlos versagt. Zumindest am Ende. Vorher hat Beatty und Kapitän Deutsch haben geklärt. Während Mila immer vorne stand und sich nicht um ihr Säge gekümmert hatte. Hab ich hier wohl. Aha. Na okay, da muss ich jetzt auch im Kürtis recht geben. Das sag ich doch. Säge. Was? Gib mir! Ach komm. Mach aus jetzt hier. Mach aus jetzt hier. Mir reicht's nicht. Mir schimpft was. Ich mach nicht aus. Du willst mich nur beleidigen. Du willst mich nur beleidigen. Ich lass jetzt an. Wir machen jetzt noch ein Talkspin. Gut, okay. Du hast mir scheiße gemacht? Ist mir scheiße gemacht? Dann brauch ich aber meinen Computer wieder, weil Geld ist weg. Ja okay. Au. Au. Kein Problem, ich kann ja mal zehn allein, wenn's hart auf hart kommt. Ne, hau ab. Ich will dein Taschengeld nicht. Borgst du nur Wale. Du hast doch von meinem Taschengeld getroffen. Guck mal, ihr seid doch zwei absolute Segelprofis. Warum haben wir noch keinen Kraken getroffen? Das passiert, wenn viele Spieler aufeinander treffen. Warum haben wir noch keinen Kraken getroffen? Ach komm, der ist, wenn viele Spieler aufeinander sind? Ja. Also. Letztens haben wir gegen andere Galeone gekämpft und dann kam Kraken. Mit Captain Denver. Weißt du, was wir letztes Mal, ich weiß jetzt nicht gerade, ob die Mila dabei war. Doch. Mit wem waren wir unterwegs, als wir da die Galeone und den Zweimaster angegriffen haben? Die gegen die Geisterschiffe gekämpft haben. Wo wir gesagt haben, wir sind friendly, wir helfen euch. Ich war dabei. Und Mila. Ja. Das waren wir. Da war die echte Legenden. Der war auch schlecht von uns. Ja. Heute war halt einfach nur Kacke. Das kann mal passieren. Ey, die letzten Tage habe ich mich die ganze Zeit hochgespringen. Ruhe jetzt. Ruhe jetzt. Ruhe. 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 Mit Lacoste. Mit Lacoste und Deutschland und Jordan. Ja, Deutschland exklui. Du musst diesen gewissen Standard und wir hatten diesen legendären Status, als wir nämlich die ganzen Russenschiffe und so versenkt haben, hatten wir den. Was ich heute gesehen habe, war auch gut, bis Giffy kam. Das ist okay. Bis wir den aus deinem Kinderschlaf geweckt haben. Das ist okay, ich gehe nachher einfach in mein Gitterbett und dann war es das mit heute. Ich kann abschließen und du? Ich kann reinklettern, Junge. Aber ich will nicht. Du würdest dich auch strafbar machen. Okay, das ist nicht lustig, Alter. Weil du einbrichst. Ach nee, komm, das ist wohl lustig. Weil du bist ja gar nicht minderjährig, du bist schon 19 und hast immer noch ein Gitterbett. Eigentlich ist das komisch, Junge. Ich bin auch schon groß. Und immer noch keine Brusthaare. Wäre jetzt du oder Mila? Ich. Also bei Mila hätte ich Gegenbeweise. Guck mal, siehst du, dafür sah ich halt super aus. Weil dir fühlt sich dann immer so ein asetisches Schmiegelpapier im Bett. Aber du magst dich doch darin einkuscheln. Hallo, hallo. Wie alt ich bin. Ich bin, äh... 13. Oh, richtig alt. Richtig alt. Oh, du hast Geburtstag gehabt, Mann. Äh, ja, weil nur 26 geworden ist. Ich hab George Clooney-Effekt. Ich bin in der Blüte meines Lebens. Tatsächlich. Was? Oh mein... Okay, okay. Weißt du was? Da kam bei dir aber noch nicht der Frühling. Okay. Okay. Mila, ich will dich ja nicht beunruhigen, ne? Aber nur noch ein paar Jahre. Nee. Nee, gar nichts mehr. Gar nichts mehr. Ein paar Jahre und dann fährst du auch wieder rund einen Geburtstag. Nein, du bist 20. Du bist aber auch alt und widerlich, Alter. Hä? Mila ist 26 geworden. Vier Jahre... Vier Jahre noch, dann bist du vom Markt. Was ist denn jetzt los? Hier redet einer. Wo? Hallo? Oi. Oi! Da war mir noch ein Stream-Sniper. Oi, Kapitän! Oi! Red Buffalo. Red Buffalo. Das ist Miss Sons, okay. Äh... Äh... Hallo? Hallo? Was steht hier? Ich spreche nicht in England. Nimm keine Süßigkeiten an. Du siehst nicht in Englisch. Nein, siehst du nicht in Portugais. Ah, okay. Du brauchst Hilfe. Soll ich dir helfen, mein Freund? Kannst du mir sagen, was dir steht? Mit den Jappen. Oi! Du siehst du nicht. Nimm das! Ich schau, kein Boot. Komm her. Du siehst du nicht. Verrückst du nicht. Das ist das? Was ist das jetzt? Du siehst du nicht. Ja, ja, genau. Aber ohne Tzatziki. Banana? Aber ist das dein Mikrofon, was so wenig ist, oder ist das das Spiel? Können Sie bitte von meinem Schuft runtergehen, sonst muss ich das Ordnungsamt rufen. Der guckt am Schütz ab. Hallo? Hallo? Hi. Aua! Hat er dich getötet? Nein, Mann. Right, baby. Soll ich reinkommen und ihn töten? Was macht der, Alter? Sag mal, bist du besoffen, oder so? Hallo? Hallo? Bist du betrunken? Ich verstehe nicht. Wir können den nicht einsperren. Ja, okay. Und dann? Okay. Ja, okay. Es ist ein Naufrag, wenn wir eine Karte holen, und wir werden sie hier venden. Nein, hier. Ja, das ist mir gestern auch passiert. Und dann habe ich den... Ah, nein, da hier, 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 okay. Ja, ja, okay. Der will, dass ich da hinfahre. Aber warum? Hey, wenn er geht. Was, sagst du, Peter? Ja, der war dran. Ich so, ach so, okay. Aua! 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 Bye, have a beautiful time. Das ist mein Freund. Banana? Doch, der ist in meiner Crew. Oh, das ist doch keine öffentliche, oder? Ich weiß nicht. Doch, das ist eine öffentliche Crew. Irgendeiner von euch hat verkackt. Wer hat's halt eingeladen? Nein, der kann einfach joinen. Ich hab neun, Captain. Ich brauch euch nicht mehr. Ich segel jetzt mit meinem neuen Kumpel, Julius. Oh, das küsstet er. Julius. Der Julius weiß aber noch nicht, dass ich ein absolut schlechter Captain bin. Ich glaub, da werden wir den mal zeigen, wie schlecht ich bin. Ja, Julius, beruhig dich, ich mach das schon, keine Sorge. Ich hab 5000 Stunden in dem Spiel. Ich glaub, der Julius weiß nicht, was jetzt abgehen wird. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Bringst du mir auch einen mit, bitte? Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ich glaub, der hat keine Ahnung, was mit dem jetzt passiert. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Boah! Ich lass den noch nicht ans Steuer sein, bis du bist drauf hin oder was? Oh, der wäscht mich. Der ist mein Freund. Danke, Ju. So wie Monte sagen würde, danke, Ju. Und sonst so, Raul? Wie war dein Tag heute? War gut? Mr. Buffalo? Welche Haarkur kannst du eigentlich empfehlen? Red mir nur einmal dazwischen, dann klatscht dir einer. Mein Freund, was ist dein Name? Mein Name ist Benjamin. Mein Name ist Benjamin. Ja, ich weiß nicht. Guten Tag, Benny. Guten Tag, Willa. Hallo. Hi. Hi. Hallo. Hi. Ich bin Seven. Ich hoffe, es ist okay. Kann ich mit euch spielen? Oh, ich kann. Natürlich kann ich. Oh, das ist so cool. Danke. Was machst du hier? Wie kann ich mit euch spielen? Ich bin immer vorne mit ihr. Was kann ich machen? Wie kann ich mit euch machen? Was ist passiert mit euch? Oh, du pukest auf mich. Oh, du pukest auf mich. Sag mal, Benny, soll ich deine Eltern anrufen? Das ist mit ihm, Alter. Das ist disgusting. Oh. Der macht doch die Segel nicht nach oben, ne? Also vorne. Also ich fühle hier, ich spüre hier ein kleines Upgrade zu unserem anderen Seefahrer, den wir vorhin dabei hatten. Komm. What is this? Can you explain, please? Mila, kannst du das Segel einmal runternehmen von oben vorne? Mister? Mila? Wir brauchen Vollfahrt. What can I do here? Oh. Ah. Miss Brecken, New Englander. Benjamin, where are you from? Spanish? Was ist mit ihm, Alter? Was ist mit ihm, Alter? No. 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 Benni, Benni! Oh, nein! Komm zurück! Are you dead now? Benni! Benni, komm zurück, please! Ah, das ist mit ihm, Alter. Ich glaube, das ist auch ein... Ich glaube, das ist auch ein... Das ist mit ihm, Alter. Das ist mit ihm, Alter. Ich glaube, das ist mit ihm, Alter. Was ist das? Portugiesisch? Ich schwör, ich kann das nicht rausnehmen... Mach schon die Augen zu, damit ich besser höre. Ah, danke, Mann! Ich wusste gar nicht, dass ich öffentliche Crews gebe, was ist das denn? Und gegen die kämpfen wir den ganzen Tag, gegen so zusammengewürfelte? Nee, nee, das können ja auch Teams sein. Wenn ich das bitte. Benny? Penny? Ja. Benny? Ja. Benny? Ja. Benny? Ja. Ja. Penny? Penny? Oh no, Penny! Come back! Penny! Penny! Come back! Please! Alright! I miss you! Ja, schon wieder einen neuen Kapitän gefunden. Ich glaube, wir müssen den Kurs von Penny ändern. Oh mein Gott! Lass es rein! Das Schiff findet seine Richtung, Mila. Penny! Ich glaube, der Penny weiß auch nicht, was er hier machen soll. Hehehehe. Oh oh! Hier ist Wasser! Our ship is broken! What can I do now? Oh oh! Jetzt wasche ich den auch rein von seinen Sünden. Hehehehe! Oh no! Everything broken! Benny? 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 Oh oh! Ich glaube, der hat kein Bock mehr auf uns. Wir laufen voll. Ja, ja. Hey! Wake up! Wake up! Aua! Oh no! You're burning! Oh no! Benny? Oh no! Ich glaube, der Benny muss unbedingt ganz schnell wohin. Hello my friend, can you talk? ah, stop! Oh oh oh, put them down, put them down! Our ship is broken down here? Ich glaube, wir müssen bevor An vazgehen hier. energetik What can I do? Der wollte nur ein paar Wurzeln gerütteln Ich helfe dem Benni Benni? Was ist mit dem los, Junge? Er geht voll ab! Mila! Der hat erst mal sich der 20 Euro weggekauft What? Oh man, die Punkte bekommen So sieht das also aus, wenn der Giffy spielt Das soll uns helfen Komm, wir tun so, als würden wir es von dem lernen Okay Erstmal bin ich's Kurs wechseln Ich glaube nicht, dass der nach Westen will Ja Benni? Si Was? Benni? Si, yes Si, yes Si Yes Si Benni? Si Ja Nein Nein Mama, ich habe zwei Freunde Ich habe fünf Minuten Kann ich nur spielen fünf Minuten? Bitte, Mama Mama Nein, fünf Minuten Mama Ich habe fünf Minuten Tschüss Ich habe zwei Freunde 20 Sek Bitte Ja 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 Was ist mit dem? Was ist mit dem? Was macht der denn? Hey, come on, come on Danny One second Come on, come on, come on Come on Come on Come here Come here Ich glaube, der fühlt das richtig Oh, there you are Come here Yeah, I come to you, okay? Come here Okay, now? Lass das nicht machen Now What? Now What do we got to do? What do we got to do? What do we got to do? Tira diese Missão! Was? Komm, wir stehen auf. Sie? 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 Jetzt ist's. Jetzt ist's. Missão, jetzt. Missão? Jetzt! Missão! Missão. Yes, ich habe. Dies. 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 Ja, I did it. Ja, I did it. Benni? Dies. Komm her. Thank you. Ich habe für Erflucht gestürzt. Oh, oh, Benni! Wer segelt? Ach nee, ich habe Anker gezogen. Doch, man, wie 3.000 Goldmits bekommst du was? Ist dies, wo du leben? Benni? Nur dies. Dies ist Amerika. Amerika. Benni! Benni? Sie, yes, sie. Zum Ausuposten. Alles okay. Nein. Ha ha ha. Benni? Tarnana? Sir! No. Nobody. Benni? Mila, Mila, lass dir da einsperren. Komm. Was? Go to sleep. Wie? Ja, ja. Escape. Eine Crew. Dann auf seinen Namen und einsperren. Ja. Benni, you're a bad guy. Na. Banana? Yes. Banana. Thing. See, yes. Bring me not on the palm, my friend. Right. Oh, Scope. Hm. Benni? Benjamin. 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 Danke, hast gedupft. Benni? Benjamin, yes. Benjamin Franklin? Yes. Boi, boi. Boi, boi. Warum kriegen wir die ganze Zeit Geld? Wat? Weiß nicht. Nein. Beni? Boi, boi. 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 Boi, boi. 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 Boi, boi. Boi. Sorry, Benny, sorry! Ich habe einen Kutzen. Was ist denn hier? Benny? Oh Mein Gott, das ist ekelhaft stop Benni Ich hab kurz im Eimer Bannana Wann ich hier? Bannana? Ah Siey, yes, yes Siey, yes Ich meine Bannana Okay Mein Bannana Bannana? Bannana Siey, yes Ich werde immer wieder weg, dann Ich werde nicht Bannana? Benni? Komm, wir lassen ihn wieder frei, Mila. Komm, Benni, komm. Lass ihn wieder frei. Mila, bist du gemutet? Du redest wahrscheinlich die ganze Zeit. Ja, hab ich. Nee, nee. Wir sind die ganze Zeit am Segel? No, 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 no. Wann ist das gerade? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Oh, no. Lass ihn jetzt wieder anziehen. Benni! Benni! Der Prinz immer noch, der weiß nicht, wie er sich löscht. Bren ihn an. Benni! Ich bin down. Könntest du mich aufheben? Warte. Schöne Busse. Benni! Komm, wir heben den auf. Komm, Benni, komm. Wir wollten eigentlich ausmachen und dann war die Lobby aber free for all. Komm, wir haben hier eine... Komm! Nooo! Oh, nein? Sie? Komm! 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 Komm, Benni! Wir machen die. Ja. Ich glaube, wir haben einen Bananen, auch. Schau dir das eine Bananen. Ich bin ein Bananen. Das ist das? Ich bin ein Bananen. 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 Banan-a-na Banan-a-na, Banan-a-na Banan-a-na Wir laufen voll, oder? Ja! Also, also, ne, ne, wir laufen nicht voll. Das ist nur, das Wasser ist die ganze Zeit schon so. Okay. Come on. Ich hab auch aussehen. Banan-a? Benny? Ja, Banan-a. Sie? Ja. Ja. Ja? Banan-a, ja? Ja, Banan-a. Ja, Banan-a? Banan-a. Banan-a. Ja? Ja! Ja! Ja, Banan-a. Ja. 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 Ja, ja. 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 Nein, nein, nein. Sie? Dass der Typ immer noch in der Lobby ist, ne? Oh mein Gott, der muss noch schlimmerer Erfahrungen gemacht haben. Der muss noch schlimmerer Erfahrungen gemacht haben. Bernie, Bananen? Sie? 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 Oh nein! Oh nein! Sie? 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 Was ist das? Was ist das? Wir sind gut. Help Bernie, help. Help, please. Ah, ah. Here, Captain. Here. Scheiße, ich bin nicht. Oh my god, fuck. Oh my god, was ist das? Oh my god. Einfach Bonus DVD. Chicken is me. Chicken is easily. I, 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 I just, I just fight with the captain and he dead now. Hello friends. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. No, come back, Benny. Benny is my friend now. Bye bye. Oh no. Come back. Now, come back. Alright, come back. Come back, come back. Oh no. Oh no. I get you. See. See, guess. I'll come back you. I'll come back you. Yeah, we'll come back for you. Wait. I'll come back for you. No. See. No. You're good. No, no bananas. Bananas, see. Hey. Hey. Can you come back now, please? I'll come back for you. I'll come back for you. I'm only here. I'll come back for you. No, no. Wait, how long are you going back? Hey. Yes, yes, yes. Bananas, see, come back, come back. I'll come back for you. Yeah. Before it's the best O sine time. Wow. wir kriegen die ganze zeit geld aber woher ich habe eben bedank dich mal so richtig auf animiert schwimmen 300 kilometer für dich ich würde dich da verhungern lassen komm aufschiff komm aufschiff komm zu mir komm für mich ich komm für dich mila benny bett benny bett sieg es ich komm für dich benny banana helpp 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 i have a skull hier 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 oh no benny 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 ich weiß nicht aber ist gut kann man mal die physik austesten benny ohje hey tada bye have a bit of heat hey 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 now listen hey 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 Dann... Benny? Put the dispenser here. Now! What? Medic! Medic? 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 All right, Amitri. Benny? Oh! No! I put the dispenser here. Benny, Iceberg voraus! Hey, 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 come back, come back, here. Here, come back here. Yes, please. Iceberg voraus, Benny! Stop! Stop! See? Yes! Yes! Here! Uh-oh! We went back! Rock! Big rock! Yes! Benny? What? 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 No, come ahead. Hold me up. Oh no! This is mine. Sorry! No! No kill! No kill! Penny? Bye-bye! Penny, where are you? Oh no! Not again guys! Don't die again! Okay? Okay! 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 Bye! Bye! Also du dir so kannst! Banana! Benny, Iceberg voraus! Benny, Iceberg voraus! Benny, Iceberg voraus! Der sucht die Kugeln, aber wir haben keine mehr! Der sucht die Kugeln, aber wir haben keine mehr! Penny! Banana! Oh no! Oh no! Oh no! Oh my god! Penny! Help! 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 Hey! Vamos zuvăs! Sorry Bernie, Sorry! Sorry Hotkneyter off! I ó- ich gebe dann steuer der tue mir leid hat wir den treu aber der hat mein dicksten respekt hatte da Wir haben bestimmt eine Stunde Segel gefunden. Benny, hilf! Hilfe, Benny! See? Banana? Benny, du, Captain! Wenn der raus will, kann der einen verliefen-Shatter. Ich denke, der spielt das Spiel komplett null über Dings. Oh, wer steuert das Ding hier? Wo? Benny, hilf! Benny, du, Captain auf! Der will mich abfackeln. Oh, der fackelt uns ab. Ich glaube, wir müssen das Feuer löschen. Oh, no! Nein! 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 Benny, Captain! Ich bin ganz trocken. Ich bin ganz einfach. Nein! Ich bin ganz einfach. Ich bin ganz leicht. Ich bin ganz leicht. You captain now? See? Benny? Banana? Benny captain? Pips captain? Okay, Pips captain. No? Okay, Bernie captain? Bernie captain. Wächst mal den Kurs. No. Oh! Ich mach uns mal die PvP Flagge rein. Oh! 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 Ja! Benny findet das auch. Wie lange warst du da? Wir missten unseren Freund Benny. Benny? Wer ist Benni? Wer ist Benni? Er atmet nicht. Benni, wo bist du? I can't hear you, but I can't see you, Benni. Aber habt ihr gehört, wie der Benni sich gefreut hat, als er Kapitän sein durfte? Ja! Ja! Benni? Benni, wo bist du? Benni, wo bist du? Nein, Banana! Bye-bye! Bye-bye Benni, Bye-bye! Nein, Bye-bye! Nein, Bye-bye! Hallo! Hallo! Oh, Hello! Wer bist du? Benni! Benni, wir haben einen neuen Freund! Oh, watch out, watch out! Oh, no! Oh, geht's Benni! Oh, geht's Benni! Okay! Fisch auf, big egg! Benni ist Kapitän! Benni Kapitän! This is Benni! Oh, gut! Bin, ne! Oh, geht's 형! Herr darfst du mal! That was an exp 78-story. Oh, der Islam便 war. Oh, der Islam, okay! Benini! Oh, nochる Sommer... Ich werde den Schengen nehmen. Der Nerner? Oh, danke. Danke, Mann. Wo sind Sie, mein Mann? Von Ukraine. Was ist das? Wo sind Sie? Ukraine. Ukraine. Wir sind von Saudi-Arabien. Sehr schön. Wie fühlst du? Kungen. Kungen? Gibt es Russische Leute? Ja, es ist in Russland. Komm zurück, jetzt. Oh, Benni? Oh, Benni, warum sind Sie da? Komm zurück. Oh, Benni, komm hier. Swim, motherfucker. Aber du bist unser Käpt'n. Wie können wir zu dir kommen? Wir haben einen neuen Käpt'n, auch ins Leu, von einem Ukrainer. Oh, shit, Benni, oh, shit. Das ist so schwer zu reden. Oh, shit. Oh, shit. Wir haben einen neuen Käpt'n, auch ins Leu. Oh, ins Leu. Oh, ins Leu. Wie heißt das? Oh, ins Leu. Oh, ins Leu. Er, Kapitano. Oh, ins Leu. Oh, ins Leu, do you like poutine? Er hat ihn geschlagen. Oh, Benni. Kill him. Oh, ins Leu. Kill him. Kill him. Fuck him. Oh, ins Leu. Oh, ins Leu. Fuck you. Meuterei. Come back here. Benni? 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 Benni, Captain? Komm, komm, ich wieder zurück. Okay. Benni? Bye-bye. 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 Bye-bye, Benni. Bye-bye. No, we are coming. Don't worry. Der ist weg. Der hat lange durchgehalten. Ja, er hat echt lange durchgehalten. Oh mein Gott, ich wusste gar nicht, dass es so öffentliche Lobbys gibt. Bye. Have a beautiful time. Banana? Banana? Ja, Banana. Also unser Schiff ist heil, oder? Ja. Aber wo ist auch ein Sloy? So. Wir müssen uns eigentlich auf die Suche nach Ochen Sloy begeben. Ochen Sloy. Er wird uns finden, wir haben die PvP Flagge. Ja, komm. Aber ich muss mir jetzt echt eben kurz ein Brot machen. Ne, lass ausmachen. Okay. Ich hab unnormal Hunger auch. Ja, ich... Aber wir... Wir machen noch einen... Okay, dann... Oh, was war das? Der schießt einen auf uns. Links ist ein Schiff. Da ist links ein Schiff. Wo links? Ochen Sloy. Ochen Sloy. Da ist Ochen Sloy. Vielleicht sag's dir, der ist da. Okay. Ochen Sloy. Da kommt er. Ochen Sloy. Der kommt, der schwimmt. Ochen Sloy. Der ist leider nicht in unserer Crew, aber der kann nichts machen. Achtung. Dürfen. 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 Hi, Wickemebe. Ochen Sloy. Dürfen. Ich bin der Schiff. Okay, ich bin der Kapitän jetzt. Was passiert hier? Ich muss gehen. Danke euch für eine gute Interaktion. Glückwunsch. Danke euch, dass du uns helfen kannst. Komm, blöde, komm! Ich gebe dir. Ja. Bye-bye! Bye-bye! Wir gehen mit aufs Seinschiff. Och ihn, Floy! Och ihn, Floy! Scheiße auf unser Schiff. Ja, scheiße. Wir sind jetzt Seemänner der ukrainischen Marine. Von Och ihn, Floy! Von Och ihn, Floy! Ach, das ist Reapers-Zeithout hier, ne? Ja. Och ihn, Floy, Captain! Was ist denn? Hier ist der Grim. Oh ihn, Floy! Ich rieche gar nicht so dumm von. Was ist denn? Ich rieche gar nicht so dumm von. Ich rieche gar nicht so dumm von. Er hat mich. Sieht man das? Ich rieche gar nicht mit dem Kopf. Ja. Ich rieche gar nicht so dumm von. Ist er dein Freund? Oder nur... Ich rieche gar nicht so dumm von ihm? Ich rieche gar nicht so dumm von ihm. Auch ihn, Floy, ist Freund. Auch ihn, Floy. Ich rieche gar nicht so dumm von ihm. Der denkt sich grad auf WTF, ey. Ich rieche. Ich rieche. Du magst, was du siehst? Der hat sich mit dem Fernglas oben aufgedacht. Ich rieche. I rieche. Was? Ochen, Floy. Oh, der hat dieses Barrelly-Mode. Guck mal, da sieht man den Namen nicht, ne Mila? Das ist so OP, das Ding. Muss man sich eigentlich kaufen. Komm mal schnell. Ochen, Floy, where are you? du siehst den Namen von ihm nicht. Doch ich sehe seinen Namen jetzt. Ja, aber nur wenn er redet. Schau, was ich gefunden habe. Schau, was ich gefunden habe. Schau, was ich gefunden habe. Okay und Sterne gut nur wieder. B só,ropheil, bitte. Ich bin okay. Ich habe ein paar L Armenian hier. Du kannst dir dann hier helfen. Wir sollen ihnen helfen, wir können nur verkaufen. Oh mein Gott! Sollen wir die beklauen, nein? Oh, wer ist das denn hier? Das sind die, die uns vorhin verprügelt haben. Ja! Optimus Prime? Optimus? Komm, wir helfen denen. Lass es da vorne hinlegen. Die haben uns abgeknallt. Lass sie hinlegen, nicht verkaufen. Nee, nee, ich... Hier hin. Oh, ins Lui! Dieser Name weiter, das geht nicht. Oh, ins Lui! Geht gut, von der Zunge sässt du? Okay, das wusste ich nicht, dass es bei dem Spiel diese öffentlichen Lobbys gibt. Ich hab doch nie jemanden getroffen, der freundlich ist so. Hoch ins Lui! Ich schon, schon ein paar Leute. Äh? Ja, ja, die haben so geschnitten. Friendly, friendly! Okay, das liegt wahrscheinlich daran, weil ich alles abknall, was kommt. Okay. Hahaha. Optimus Prime, wo ist Lui? Wo bist du? Ich bin von Ukraine. Hallo. Wo bist du? Wo bist du? Wie ist es? Wie ist die Tür? Weil viele russische Freunde sind ganz schönige Leute. Aber ich kann man für ein bisschen mehr Englisch sprechen. Und ich kann über die Portogese Macen. Okay, das ist Lui. Du bist jetzt schon mit einer Schlange. Hahaha. Haha. Hahaha. Do you like German people? Yeah, no problems. I hate them. Nice guys. Oh, Hans, Louis. Oh, Hans, Louis. Ich glaube, der Wagner ist. Ich glaube, der Wagner ist. Oh, Hans, Louis. You can sell whatever you bring. It's a present. Oh, Hans, Louis. Der sagt, wir sollen das verkaufen. Sollen wir das verticken? Okay. Okay. Thank you. Wie Kohle bringt das, Alter? Oh, mein Gott. Sind das für komische Drohnen? Ach, die haben diese Geisterschiffe gemacht. Oh, Hans, Louis. Thank you. Thank you. Very much. Thank you. Oh, Hans, Louis. Let's go. Das wird ein langer Streep. Wir wissen ja noch gar nicht, wie gut wir sind. Was ist denn das Käpt'n Tierjob? Ist da ein NPC da drinne? Nee, da ist ein Spieler. Der ist bei uns in der Dings jetzt drinne, in der Gruppe. Ja. In der Öffentlichen. Oh, nein. Was, wenn der die tötet? Der tötet die nicht. Ich glaube, die Russen sind gut. Ukrainer. Oh, Hans, Louis. Der ist auf der Black Pearl drauf. Weißt du, die haben Sprengfässer? Ähm. Mal kurz ändern. Weißt du. Oh, Hans, Louis. Oh, Hans, Louis. Keine Sprengfässer hier oben. Oh, da schießt einer auf uns. Ja, unser Mensch. Der schießt auf uns. Unser eigener Mann schießt auf uns. Fuck you. Fuck you. Don't shoot. Don't shoot. Oh, Hans, Louis Cabernet. He's our new mate. He just joined. Hold on. We have a task to sink. I've seen a fire brick. Okay. I plan to stop post. Der kann das Schiff niemals alleine. Oh, man. Der kommt. Der kommt. Weißt du, wenn der die sinkt, ne? Dann ist der unser Seilk. Mach mal zart. Aber der wird nicht wirklich sein. Mach mal zart. Ihre Heimat ist total zu fickt. Darf man keinen Spaß haben, oder was? Die lebt nur selber. Außerdem träumen wir die doch mal nicht so hart. Have a beautiful time. Bleib mal ruhig, Junge. Das ist ein Spiel. Der kommt, ne? He's coming for us. Ich will schieße auf das Schiff. Das ist mir scheißegal. Och, ein Zeu ist jetzt neuer Kapitän. Übrigens, danke für die We-Stops und Zapps. Ich versuche gleich ein anderes Wort zu lesen. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch geht, Alter. Ich bin gefährlich. Schafft er das? Der Captain. Schafft er nicht. Man, wie hat man eine Schaluppe mit ihr, Mann. Das ist der Dream, Alter. Das ist halt echt der Traum, den wir immer hatten. Okay, let's fuck them. Yo, da links ist einer. Okay, let's fuck them. Oh, ein bisschen. Bin ich gerade verwirrt, Alter? Essen war doch unten, Mann. Nicht so. Oh, die haben nur ganz wenig. Ah, stimmt, Mila. Wir können den Typen einsperren. Ah, stimmt. Ja. Captain Teager und dann noch vier. Dann kann der uns nicht ver- Ich glaube, er hat einen Leck, weil er muss schicken. Ich glaube, er hat einen Leck, weil er muss schicken. Wie ein kleines Kind. Guck mal, wie der uns vorbeizieht. Ja, nein. Bye-bye. Bye-bye. Boah, den sprengen wir jetzt so weg, den Typen da links, ne? Die haben keine Sprengfässer, ne? Nee, nee, ich glaube, nee, nee, ich habe es schon geschafft. Ja, man weiß, wie das war, guter Hinweis. Eigentlich dürfen wir nicht direkt in den Kampf, weil wenn wir tot sind... Nein, nein, der tötet uns sonst. Oder die bleiben jetzt hier stehen, weil das echte Schaluppen-Profis sind und knallen den gleich weg. Ich nehme mir aber auch mal welche. Ja, ja, guck, guck, was die schon machen. Die knallen den jetzt richtig weg. Let's fuck him. Haben die Banken gehabt? Ja, haben die. Die kommen rüber. He's coming for the escape, den. He's coming. He's swimming for the escape, den. Was that did I? Was that did I? It's... Boom, man shot. Bye-bye, bye. Have a beautiful time. Okay, slow. Okay, slow. Victory. Victory. Okay, slow. Okay, slow. There's the things. Now we need to kill everyone who remains. Oh, der kommt, der kommt. No, he's coming for the ship. Himmikator. Oh, jetzt habe ich den getötet. Nice shot. Thank you. Okay, slow. Thank you. Nice shot. Du, 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 du. Wir können viele Schätze, die hatten. Komm, wir holen die Schätze für die rein. Mhm. Okay, slow. Ich kann nicht aufhören, so zu reden, ne? Oh, der Mannbombe. Das habe ich ja noch nie gesehen. Oh, that's fine. Oh, hey, slow. Oh, hey. In the me. Okay, wir haben eine. Das ist halt auf Legit richtig, richtig OP, was wir hier gerade machen, ne? Ja. Wir dürfen halt nur nicht sterben. Wo tun wir die Schätze hin, Alter? Wo tun die denn hin? Auf einer Schaluppe mit vier Mann, unbesiegbar. 100 pro. Kannst du nicht versenken. Tust du alles rüber? Nö, das ist nicht unser Schiff. Wir helfen den Ukrainer. Ich tue mal ein paar Dings hier. Ich mag das. Oh, hey, slow. Was da fährt? Ne, 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 ne. Das war nicht unser. Also, das gerade an rechts an uns vorbeigefangen ist. Obwohl. Doch, das mit der PvP-Flagge, das ist unser. Das gerade an uns vorbeigedüst ist? Ja. Der hätte doch keinen Anker gesetzt oder so. Der muss mittig sein jetzt. Man kann ne Flotte bilden, ja klar, aber da muss er auf dem gleichen Server und so landen. Das ist schon nicht so einfach. Aber mit viel Glück. Es gibt auch viele Streamer, die das spielen, äh, die das machen. Die das quasi, ne, ihren Stream dafür ausnutzen, dass die Allianzen bilden können im Spiel. Damit die über Teams viel farmen können und so. Oh, ich brauche nur noch den roten. Von vorne. Ja, Mann. Oh, ist los. Oh, 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 oh. Was hat denn der jetzt geschossen? Hä? Was ist das denn? Was hat denn der da geschossen? Keine Ahnung. Fack dem auch, ist nur fack dem. Jaja, jeder kann sich ein Schiff holen und dann pvp Flagge machen und joinen, so geht das halt am schnellsten. Oh, die haben uns getrefft, getrefft, aber es ist nichts los, obwohl oben ist ein Loch. Oh ja, hier auch. Oh, die haben uns getrefft, ne? Oh ja. Oh, da ist nichts. Oh, doch, ich werde hier die ganze Zeit weggekickt. Oh, oh, hier sind ganz viele Löcher. Fack you, fuck you! Okay, hier ist wieder all good. Well done, dude. Banana? Banana? Yeah, thanks. Banana? Thanks. Banana? Banana? Thanks. No, no, banana. Nie los na mit. Banana? 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 Oh, hier ist los. ha 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 ha! Okay, slow, wait for me. Oh, my God! Wir haben die Glück, ein paar Aschetruhe, Alter. Okay. Ne, hier. Ja, ja, wir sind mit Ukrainer unterwegs. Wir haben gerade ein Schiff versenkt mit denen. Och, hieß Louis. Okay, da wird die Schnapps versenkt. Bubblegum? Optimus Prime, Bubblegum? No? He's lagging. I have that bubblegum. Bubblegum? No, give it back, please. Thank you. Are you serious? No, give it back, please. Nein. 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 Das geht nicht in der Mitte. Ach, jetzt. Ja. Ist das Spiel nur für neun bis zehn Leute? Wie meinst du das? Wir können insgesamt auf einer Map zehn Schiffe drauf sein. Ich glaube, das ist egal, welche Schiffe. Viele Schätze. Das ist so cool. Was denn? Das war jetzt so mit random Sumpf, die uns sogar vorhin richtig übel zugesetzt haben. Ich glaube, meinst du, die waren das? Ja, ja, ganz sicher, ähm, der Typ, ähm, der das Boot steuert, ne, ne, der andere, jetzt der andere, ähm, der diesen alten Frauencharacter hat, äh, den hab ich vorhin getötet. Okay, dann haben die uns zerrissen. Und ich glaube, die erkennen uns auch wieder und dass wir deswegen die Schätze verkaufen durften. Och, ins Lui. Oh, die wollen mit uns spielen. Äh, Swiss TV, ne, maximal zu viert auf dem größten Schiff. Kann man spielen. Oh, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Mega lolololong. Okay, he's dead. Okay, he's dead. Nice shots. Thank you very much. I use heck. I'll have a cheat. Nice shot. Okay, slow. Erstmal Werbung machen. Meine Manneslegende A1010, die haben voll oft mit vielen Servern gejoint und sind Allianzflotten gefahren, da haben andere null Chancen. Ja, aber das, das find ich, ich mein, wenn man sich einmal so trifft und ein bisschen rum, da, das ist halt okay, aber das mit den Flotten und dann zusammen Farmen gehen, ich find das voll lame. Aber das nimmt auch den ganzen Spielspaß weg, dass sich jederzeit einer angreifen kann, ne? Das ist halt so, weiß ich nicht. Aber muss jeder für sich selber wissen. Die Dinger, diese Stäbe machen übertrieben Speed-Damage, Alter. Das haben wir vor kurzem rausgefunden, die für den Hai extrem gut sind. Oh, hier ist Louie. Wir dekorieren uns erstmal deren Schiff. Ich geh mal kurz kochen. Ist der überhaupt noch was? Ja. Zum Athena-Leveln, alles nur Legenden. Diese Piraten-Legenden, meinst du? Bye, have a beautiful time. Ja, da wollen, Mila und ich wollen das ja auch noch holen, die hat das schon. Dann kannst du ja diese Athena-Küsten fahren. Choco, Dankeschön. Und Bull dabei und, und, und der Martini. Ah, mein Auge. Oh, wow. Oh, Mila, du darfst nicht vom Schiff runterfliegen. Wir brauchen noch einen in unserer Band, Mila. Ich bin hier unten. Ich achte gerade, dass dein Fleisch nicht anbrennt. Ach so. Ja, MDK, das Spiel ist da jetzt. Oh mein Gott. Das Ding ist, wir haben da die letzten Tage viel gespielt. Ich hab da auf jeden Fall viel gespielt, um die O.W., um mich abzulenken. Die letzte Woche. Und das ist das erste Mal, dass mir gedacht, dir gerade sowas passiert. Och, ich slui. Let's drink together. Die wollen trinken, Mila. Oh, ähm. Das ist halt einfach so random, dass das schon wieder gut ist. Machst du das? Das ist kein Kuchen oder was? Oh, I'm, I'm empty. Stimmt, wir haben den Typen ja vorhin angekotzt. Wo ist denn der Kack hier? Ach, hier. Fleisch ist fertig. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich bin runtergefallen. Und Oki fell. Oki fell? Swing, Bro, swing. Oki is loo. He's gone and he can't get up! Oh, he's low, he's sour captain! Oh, I'm so drunk! Hau rein, Swiss! Ey, ich hab so Hunger, ne? Oh, ne Witz, Alter! Wir haben halb zwölf! Ich weiß nicht mehr, ob meine Schwester unten ist, Alter! Ich hab den ganzen... Alles ging an mir, ich bin gleich neun Stunden live! Oh mein Gott! Es fühlt sich gut an, Spaß zu haben! Einfach kein Leben! Es fühlt sich so gut an, ne, Spaß zu haben in nem Spiel! Ne, ich denk mal meine Schwester holt mit meinem Schwager grad ab von der Arbeit. Und dann erstmal eh gleich noch zusammen bisschen... Also mein Schwager und ich... Das passt schon, das passt schon! Alles ist feinschätzt, solange der Kopf stimmt und ich Spaß hab. Aber wenn ich keinen Spaß hab... Oh mein Gott! Oh, he's lowy! Amazon Prime! Ach, die fahren die ganze Zeit hier... Aber du kannst hier alles verticken, ne? Für den Ruf, ne? Ich liebe das, ich liebe solche Games einfach, die so random sind, Alter! Du fährst rum, du hast Aufgaben, du hast Archive-Mans und den ganzen Quatsch... Oh, ich saust da, weiß! It's time for sex! Oh, he's lowy! 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 Äh, ja... Und ich... Dann können wir ja abhauen, dann was. Das ist sogar ein guter Abschluss! Nicht dieses Beschäbende, wir verlieren! Amazon Prime! Thanks! Und Puffichern, wer füttert die? Die hat gar nichts gegessen, oder? Die macht sich gleich auch was. Stimmt, ne? Ja, wer kann denn damit rechnen, dass das so viel Spaß macht, Alter? Da kann keiner mit rechnen. Ich dachte, jo, mal gucken. Erstmal gehst du wieder online und, jo, musst erklären, was abgeht. Amazon Prime! It's me! Thanks! It's me you're looking for! Was ist denn das hier eigentlich, Alter? Siehst du das auch? Dieses... Ich weiß auch nicht, Javi. Mit was hat er das geflickt, Alter? Mit nem Lederlappen? Wir benutzen Holz! Oh, no! Oh, nö! Viele, viele im Internet haben kein gutes Mikrofon, ne? Das liegt aber wahrscheinlich auch einfach daran, dass diese... Amazon Prime! Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass die ganzen Headsets, die man kaufen kann, einfach absoluter Müll-Trash-Scheiße sind. Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Oh, nö! Ich glaube, ich hatte noch nie ein Headset, was ein gutes Mikrofon hatte. Die haben alle diesen Schrott da drin verbaut. Obwohl, ich glaube, es gibt ein Headset, eine MXM 300, von Bayer Dynamics, ich glaube, das ist gut. Die haben mal wirklich keinen Scheiß da drin verbaut. Aber diese ganzen Gaming-Headsets, Müll-Kacke, Alter. Du kannst die Sonne knucken. Du hast kein Headset, Mila, ne? Du hast so ein Mikrofon. Ja. So ein USB-Mikrofon, ne? Mhm. Das ist halt ein von 100 Millionen mal besser. Oh, ich bin fertig. Brennpumpenkiste. Wir haben wieder eine 9. Was? Wen? Och, ne, jetzt hör auf. Bitte nicht. Ehrlich jetzt? Ja. Hast du nicht die Nachricht bekommen? Ne, wo? Dass jemand gejoint ist? Ach so. Warte. Ich dachte, hier am Outpost ist einer. So, nein. Och, hey, Slowi. Es hinkt wo ein Emerald oder Saphir im Wasser. Ich glaub, die wollen... Oh. Oh. Die war leer. Hätte ich auch vorher reingucken können. Verticken wir das halt. MDK schlaf gut. Vielen lieben Dank fürs Dasein. Lass dich nicht anquatschen. Tschüss. Spannende Musik. Amagun Prime. Du kannst du es abonniere. Danke. Mila. wie ich muss mir nur ein erster test immer suchen will du kommst wieder aber herr doch ich komme wieder bei mir gibt es manchmal nur so tage oder wie jetzt glaube ich zwei wochen spaß das gute an dem game ist oder den bar johnny und sollte auch die ist nicht voll können wir nicht verticken da fehlen fünf stück klau mal fünf stück von dem da gerade fünf stück oder sind zehn drin ich habe ich noch nie vertickt er kann auch die bringt ich glaube die hauen ab so nicht vor allem hat man hier auch alles wenn man hat diesen wir erreichen irgendwas effekt so piratenlegende und athena questen und so was alles noch auf uns zukommt und du hast halt auch diesen gambo 1000 uhr ich habe die noch nie gesehen du auch noch nicht wenigstens kriegen wir ein bisschen von der beute der kleine stein bringt einfach mehr als die ganze kiste alter obwohl die viel seltener sind alleine ist das spiel tatsächlich mehr aber ich glaube wenn du eine ganze zeit lang alleine spielt und ich sag mal trainiert kannst du vor allem mit einer schaloppe weil die da fahren mit dem ding hier das für ein bis zwei personen das ist so op das ding du kannst ja die im großen schiff davon fahren wenn du einfach im gegenwind fährst wenn du die rechtzeitig siehst auch das ist halt echt stark das fahr ich auch am liebsten das und danach zwei master ich hasse das große schiff vor allem auch weil bei dem großen schiff alle funktionieren müssen alle crew mitglieder immer um die segeln kümmern und so hörst du das hier ist ein safir oder so du kannst du kannst dir die animation ja auch holen die ist nur sonst damit wir dich verstecken können dass wir singt das unsere mehr jungfrau davon fragt meinen freund auch henslow am liebsten würde ich dir jetzt noch in die luft sprengen kann die froh sein dass hier kein explosionsfass ist schlimmer schlimmer alter der wendekreis ist echt musste viel mit dem anker und so arbeiten das geht schon ich glaube wenn du eine gute kreuz geht das okay slowy okay slowy good bye good night good night bye have a beautiful time bye bye okay slowy i love you good luck good luck good luck also said you have a Twitch channel yes mate oh my god bye have a beautiful time bye have a beautiful time uh you said you have a Twitch channel can you tell uh uh nickname i can write it uh uh wake up yeah go oh hey slowy ah ah ha baa Buh-bye! 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 Have a beautiful time! Buh-bye Twitch crime! Buh-bye! You too! Bye-bye! Oh hey, Slowey! Ich hab's in the fly-by-tile! Oh hey, Slowey! You're a beautiful hero! Goodbye! Look at that shift, Lovna! Hahaha! Nein! Ich mach Haie auf dem Schiff! Okay, Slowey! Hahaha! Bye-bye! I love you! I love you! Da hinten kommt unser Cool-Mitglied angefahren! Mit unserem Schiff! Lass dir mal einkehren, wenn du da hinfahren kannst! Oh mein Gott! Klick auf seinen Namen, ne? Okay! Soll ich mich verheißen? Warte! Nein, nicht rausgehen! Ah, der ist raus! Fuck! Nee, der ist zu weit weg! Scheiß drauf! Scheiß drauf, Digga! Oh! So! Jetzt aber raus hier! Ah, warte mal, Mila! Warte mal, warte mal! Zu spät, zu spät, zu spät! No, no, no! Guck mal bitte! Guckst du den Stream? Ja! Die haben hier Kanonenkugeln des Flammen-Phantoms! Guckst du? Oh, das kriegt man bestimmt, wenn man diese Geisterschiffe macht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh Gott! Okay, ist neu! Das Schiff findet seinen Weg! Es wird seinen Weg finden! Alles gut, hat mein Ende! Nur die Wurst hat zwei! Oh! 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 those Lauren 본astic! Ah, Hunger geht und ich esse jetzt vielleicht was und dann chaill mentioning! Guck mal, jetzt haben wir schon перек, oh mein Gott, das Schiff kommt wieder! Eigentlich wollte ich gar nicht bis zwölf machen, weil ich dachte «jo, kannst du besser abschalten! Aber wenn das so viel Spaß macht, da kann man einfach nix machen!» Und Kirby dankeschön! Maxirious, Choco, Pulvoie, hatte ich schon... Merci, dankeschön für die subs und resubs und danke für den Support! Oh, da hinten ist ein Schiff. Ich glaube, die sind auch weg, oder? Ja, klar sind die weg. Oh ne Quatsch, dann wird das ja verschwinden, das Schiff. Oder? Hm. Ich hab keine Ahnung, Alter. Ich hab keine Ahnung, Alter. Das heißt, sehr wütendes Tier übrigens, auch das Loi. Boah, guck mal, wie geil das, oh mein Gott. Oh, das ist... Da geht's unter. Da geht der Stream heute zu Ende. Okay, es Loi. Bye bye, Schiff, bye bye. Oh, da ist Loi. Oh, da ist Loi. Ich warte auf dich auf der Insel. Oh, 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 oh. Der Sub hat alles versaut. Mr. Orgway, vielen lieben Dank für den Prime im zweiten Monat. Oh, was ist das denn? What the fuck? Ist das unser Schiff? Was passiert hier? Okay, es Loi. Das ist unser Schiff. Das ist unser Schiff. Das ist unser Schiff. Das ist unser Schiff. Das ist die Blackpool. Nein, oder? Warum macht es Haya da? Ist das unser... You're hungry drunk. Das ist nicht wirklich... Doch, ich glaube, der Typ, der nun neu dazukam, hat die Flagge oben geändert. Das ist unser Schiff? Das ist unser Schiff. Was ist das? Nein. Es hat dich wiedergefunden. Oh mein Gott. Perfekt geparkt. Absolut perfekt geparkt. Besser geht gar nicht. Das ist wirklich unser Schiff. Bye. Have a beautiful time. Nein. Klappe, Kante. Nein. Mann. Aber was passiert jetzt? Warte mal, hier waren wir doch gerade. Ja, eigentlich müssten die da sein. Bist du echt nicht weit gekommen mit deren Schiff? Das Schiff ist die ganze Zeit alleine gesegelt. Das ist halt schon noch vorne. Aber was passiert, wenn das nicht auf Wasser ist und das verbrennt? Ich glaube, das... Ich habe keine Ahnung. Brennt ewig? Nicht. Das ist tatsächlich die Black Pearl. BT ist Black Pearl. Die hat nach Hause gefunden. Fühlt sich so, als... Fühlt sich so, als würde das Spiel mir was zurückgeben für all die schlechten Games und Tage, die ich hatte in WP und so. Alter, was für einen Zufall. Hammer. Ja, gut. Okay. Nicknack. Dankeschön für den Prime im 17. noch. Und LVO Project. Dankeschön für Louisa im 6. Spiel mir ein Lied, Herr Baby. Wünsche dir egal, was ist alles Gute der Welt. Einfach, weil du uns immer so gut unterhältst. Danke dafür und zeig mal Fusse. Niemals. Und vielen lieben Dank. Und nicht nur ich. Auch die Leute, mit denen ich zusammenspiel. Oh, jetzt geht's richtig, Count. Voll schön. Was passiert jetzt? Meinst du, dass die spawned einfach? Keine Ahnung. Es wäre halt so funny, wenn es untergehen würde in der Insel. Beschwende ich den Teufel. Ich guck mir das jetzt nur 1-2 Minuten an. Ich würde das echt wissen. Ich denke mal, das verschwindet einfach. Ah, da ist doch auch ein Sloy. Auch ein Sloy, my friend. Auch ein Sloy. Auch ein Sloy. Ich mach den VIP. Auch ein Sloy, wake up, my friend. Kapitän. 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 Moin. Was zu hell habe ich verpasst, Bododo. Das kann ich gar nicht beschreiben, was für ein unglaublicher Tag das heute war. Ich weiß nicht, wie lange du weg bist oder ob du gerade erst kommst. Aber ich meine, ich habe vorhin schon mal deinen Namen gelesen. Letzte 10 Minuten. Wir sind mit Ochen Sloy's Schiff weggefahren. Oh, es despaunt einfach. Und dann stand ich da vorne auf der Insel. Da. Und dann kam unsere Black Pearl einfach ohne Kapitän angefahren. Und meinte so, ja, Schiff müde, Schiff fire. So. Ich habe das Gefühl, ich esse mich schon selbst innerlich. Nein. Chat. Nein. Hallo zur Ukraine von Germany. Und danke für das nächste Gameplay mit Chris. Oh, ich bin zu Sloy. Vielen lieben Dank für heute. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Dankeschön, dass ihr dabei wart. Danke auch an Mila. Wie viel soll ich ficken? No problemo. Danke auch an Captain Beat hier, wenn er das hört, mein Freund. Du bist der beste Captain. Scheiß auf Captain Demba. Obwohl, ich muss den erst mal testen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Vielen lieben Dank für den Support. Bleibt gesund. Bleibt gesund. Wir sehen uns nachher. Bye-bye. Äh, nochmal zur Info. Ich habe keine Ahnung, wann der P kommt. Ist mir auch scheißegal. Aber wir haben uns aber erstmal vorgenommen, in Piraten-Pommes, äh, Piraten-Legende auch zu machen. Also kann sein, dass wir morgen nochmal hier. Oder die nächsten Tage, wer weiß. I don't give a day. Bye-bye. Bye-bye. Gute Nacht, Chat, bis nachher. Passt doch. Hast du die gerade geküsst, Alter? Ja. Okay, Entschuldigung. Gute Nacht, Chat. Gute Nacht. Und ihr könnt jetzt nochmal ein Tinker-Pättchen nehmen und dann geht ab in nachher. Bye-bye. Gute Nacht. Peace. Bye-bye. Bye-bye.